nach garmisch-partenkirchen aber aus irgendeinem grund geht es auch nicht in garmisch-partenkirchen und dann ist man jetzt am ende hier am göttchen gelandet man hat gesagt okay dann machen wir sie halt im trainingszentrum in malpinen eigentlich ist es ein freestyle trainingszentrum also für die freestyler kann mich erinnern hier hat auch ein skikross weltcup stattgefunden 2012 war das genau auf dieser strecke sehr spektakulär leider nur einmal durchgeführt wäre eigentlich von der infrastruktur von der einsichtbar des hanges wäre das wirklich ideal letztes wochenende war weltcup der snowboarder in den parallel events noch mal ganz ganz große emotionen romano hofmeister hat da den gesamtweltcup gewonnen in den parallel disziplin zum zweiten mal hat auch noch keine läuferin geschafft und dann natürlich der große abschied der allgäuerin selina jörg zweifache weltmeisterin stand hier noch mal auf dem podium vom lift aus gesehen auf der linken seite ging es darunter sind viele tränen noch mal geflossen also dieser hang ist schon schauplatz von vielen tollen rennen gewesen ich mag diesen hang bin hier auch schon mal in den 90er jahren einen europa capri sensual um gefahren der heutige nachwuchschef anderl ertl der hier die nachwuchsläufer auch auch ein bisschen sichtet deswegen schaulaufen auch der nachwuchsathlet ist damals dritter geworden da war wirklich viel prominenz am hang sechster ein gewisser stefan eberharter später olympiasieger dreifacher weltmeister und kitzbühel sieger darren rolf der war elfter der auch kitzbühel gewonnen und dann die fernsehexperten damals schon hier haben sie sich gematcht im europa cup marco büchel war 13 der heute zdf experte hans knaus urf experte heute damals 15 nur der ard experte philips norbert der war damals elf jahre als der hatte mit europa cup noch nichts zu tun gehabt also auf diesem hang hat schon einiges stattgefunden ja und es macht überhaupt nichts dass man hier warten muss für die athleten die sind heute früh aufgestanden wetterbedingungen sind gut angenehme temperaturen t shirt wetter stehen sie untenrum im zielraum unterhalten sich noch mal ein kleines bisschen warten jetzt auf die startnummer 1 auf anton grammel aus kressbronn am bodensee ein württemberger der hier die startnummer 1 hat und diesen riesen slalom heute bei der deutschen meisterschaft eröffnen wird ein riesen slalom spezialist übrigens ist es eine internationale deutsche meisterschaft hier sind natürlich einige österreicher italiener auch am start aber auch athleten aus den niederlanden aus belgien aus dänemark aus großbritannien ja und sogar aus der türkei zwei koreanerinnen sind im slalom bei den frauen nachher mit am start und ein brasilianer fährt mit bei der internationalen deutschen meisterschaft christopher rubensholm also ich hoffe dass der unter die top 30 kommt nach dem ersten durchgang dann werden wir den feiern im zweiten durchgang dann um 12 uhr also wirklich ein hochklassiges internationales feld hier bei der internationalen deutschen meisterschaft am götchen vom skiclub starnberg da klingelt vielleicht bei dem ein oder anderen skifan kira weidle richtig das ist der ausrichtende verein von kira weidle heute im slalom ist sie nicht am stahl sie ist ja eine hauptfahrerin wm silbermedaillengewinnerin bei der weltmeisterschaft in cortina in dieser disziplin aber im riesen slalom da geht sie am start und vorgestern war hier schon ein riesen slalom der männer wie auch der frauen da hat sie die strecke schon mal getestet und ist bei den frauen dritte geworden also da bin ich wirklich sehr gespannt wie die sich morgen schlagen wird heute riesen slalom der männer neben kira weidle auch der wm silbermedaillengewinner romit baumann am start der hat auch insgesamt fünf österreichische meistertitel schon geholt der war ja mal österreicher ist vor zwei jahren dann gewechselt wohnt jetzt in kiefersfelden hat eine deutsche geheiratet hat die deutsche staatsbürgerschaft angenommen und hat mit dem österreichischen skiverband und dem deutschen skiverband das ausgemacht dass er die nationenwechsel vollzieht die österreicher haben ihn freigegeben die deutschen haben ihn aufgenommen haben noch mal die chance gegeben und am ende holt er die wm silbermedaille in der abfahrt also wirklich sensationell was der in diesem winter geleistet hat auch er ist hier heute im riesenslalom mit am staats zwei meistertitel im riesenslalom in österreich hat er schon gewonnen deutscher meister noch nie und natürlich auch das komplette bronzeteam der weltmeisterschaft ist hier mit am staats lena dürr nachher im slalom andrea filzer emma eicher und bei den männern linus straßer stefan luiz und alexander schmid alle sind sie bei der deutschen meisterschaft noch mal mit dabei sind noch mal gekommen matchen sich hier um den meistertitel und feiern auch so ein kleines bisschen saison ende und wenn sie glauben dann danach noch der deutschen meisterschaft noch mal ein höhepunkt dann ist schluss nee nee dann geht es noch weiter die nächsten zwei wochen da machen die noch materialtest schon wieder für den nächsten winter da werden dann die prototypen der skimarken getestet noch auf winterschnee schaut mal dass man da schon das material für den nächsten winter bisschen zusammensucht im slalom wie auch im riesenslalom und so nach zwei wochen ist dann aber auch wirklich genug so spätestens ab mitte april geht es dann ein bisschen in den urlaub und ja anfang mai mitte mai geht es dann schon wieder mit dem conditraining los für den nächsten skivinter nur die hausherren hier am götschen das sind eigentlich die fahrer und die mitglieder des wsv bischofs wiesen und auch da wird es vielleicht bei dem ein oder anderen klingeln katrin hölzl die riesenslalom weltmeisterin 2009 aus weil die sehr genau das ist der hang an dem sie hier das skifahren gelernt hat heute hat sie eine skischule staatlich geprüfte skilehrerin lehrt hier an diesem hang bringt den kindern und auch sonst den touristen wenn sie dann mal wieder hierher kommen können das skifahren bei also lernen von der weltmeisterin es gibt noch ein kleines bisschen grafikprobleme habe ich gehört mit der zeitmessung das wird alles hier nochmal neu gestartet aber bleiben sie einfach dran schauen es einfach zu das geht hier gleich mal los und der skiclub starnberg ist es wirklich ein sehr sehr professionell aufgestellter skiclub die hier die deutsche meisterschaft ausrichten wir haben 700 mitglieder ist mittlerweile einer der erfolgreichen skiclubs in ganz deutschland über 50 aktive athletinnen und athleten in den jahr gegen u8 bis u16 außerdem betreiben sie eine vereinseigene dsv skischule die jährlich über 150 kindern und jüdlichen des skifahren beibringt sind dieses jahr auch zur dsv skischule des jahres gekürt worden und wenn man vom skiclub starnberg redet dann muss natürlich ein name fallen und tissi polus den kennt wahrscheinlich jeder in der schießszene der ist der sportwart und cheftrainer vom skiclub starnberg er ist der entdecker von kira weidle da können wir wirklich dankbar sein dass der seit vielen vielen jahren so gute nachwuchsarbeit betreibt wenn dann am ende so eine tolle athletin wie die kira weidle rauskommt den schon seit einigen jahren in der weltspitze mit fährt so und jetzt sehen wir hier eine grafik die startliste ich hab's ihnen gesagt mit der 2 stefan luiz mit der 13 alexander schmid und mit der 19 linus strasser das sind vielleicht so die prominentesten namen die ersten 30 die werden wir ihnen auf jeden fall übertragen sebastian holzmann mit dabei anton tremmel und mit der startnummer 7 ein athlet der einen großen namen in der schießszene trägt lukas wasmeyer ja das ist der mittlere von den drei söhnen von markus wasmeyer dem doppel olympiasieger lukas ist der letzte der noch skirennen fährt in dieser saison ist allerdings keine rennen gefahren sondern ist schon ein bisschen so in die trainerschiene gewechselt hat da assistiert bei der nachwuchsmannschaft hat die talente mit aufgebaut fängt jetzt demnächst eine schreinerlehre an und wird da den vater markus wasmeyer der sein skimuseum und sein sein eigenes zentrum aufgebaut hat am schliersee mit unterstützen steigt dann ins familienunternehmen natürlich werden hier die titel ausgefahren übrigens die ausländer die mitfahren die können natürlich nur internationaler deutscher meister werden eine getrennte wertung gibt es dann natürlich national so und jetzt haben sie es hoffentlich gehört über die außenmikrofone es scheint los zu gehen es müssen noch ein oder zwei vorläufer runterfahren und dann geht es dann doch endlich los mit 20 minütiger verspätung das heißt alle weiteren programme verschieben sind da hinten nein die werden natürlich versuchen möglichst trotzdem den slalom der frauen pünktlich zu starten da ist genügend zeit genügend puffer dass dann die frauen auch um 10 uhr in den start gehen es wird ja auch immer wärmer und die piste löst sich dann langsam auf das ist schon sehr wichtig hier es gibt ja weltweit dieses fiss punktesystem das ist unabhängig von den weltcup punkten und von den europa cup punkten das sind dann so die top 30 der welt rangliste die im weltcup ermittelt werden aber ab der welteren position 31 da gibt es das fiss punktesystem bei jedem internationalen rennen gibt es fiss punkte die dann vergleichbar eine welteren liste über alle rennen weltweit sozusagen erstellen ein sehr kompliziertes verfahren da kommt darauf an wie gut ist das rennen besetzt und der zweite faktor ist wie den rückstand hatte man auf den sieger dementsprechend bekommt jeder punkte und so sind dann alle athleten in jedem rennen weltweit vergleichbar so und jetzt sehen wir es der nächste vorläufer ist unterwegs der fährt richtig gut dieses mal flach im mittelteil da ist hier so ein kleiner übergang hier kommt dann diesen ganz kleinen ich möchte gar nicht sagen steil lang sondern diesen mini-übergang da dreht sehr stark kommt mir vor also da hat der hannes wallner durchaus was hingesetzt den athletinnen den athleten die athletinnen fahren dann im slalom grundtempo scheint mir nicht sehr hoch zu sein aber ich glaube wenn dann stefan luid sondern alle geschmiter durch fetzen das wird dann auch sehr sehr interessant so die spannung steigt jetzt hoffen wir dass wir gleich mal die startnummer eins am start sehen anton gramml vom sc kresbronn und bei diesen bedingungen mit der startnummer eins zu starten das ist mal so ein richtiger traum dass wir da jetzt sehen einde sind schlipp und w w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020 Also der Vorläufer hätte jetzt schon mal diesen Lauf erfolgreich getestet. Drei Vorläufer haben wir jetzt also schon gesehen. Ein erster Grafiktest hat auch funktioniert. Und so langsam scheinen immer mehr Zuschauer dazugekommen. Ich begrüße auch Dominik Fischer. Der mir gerade eine WhatsApp geschickt hat und mich gegrüßt hat. Neben Frieda, also auch schon Dominik am Start heute Morgen. Herrlich. Wunderbar. Und jetzt wollen wir einen schönen Riesenslalamsport Ski-Alpin sehen. Da oben tut sich was. Die sind schon nervös. Das sind richtige Rennpferde. Die stehen da alle schon oben am Start. Die wollen endlich los. So, jetzt ist es fertig vorbei. Technik steht hier unten. Meine Probeinchen war wieder vor dem ersten Rennen. Heißt nicht nur ein bisschen vorkommen kann. Wir haben am Start Anton Rammel, der dieses Rennen öffnet wird. 35 Sekunden hat er noch. Bis zur Startreihegabe. Anton Rammel, Winterster Kommandis. So, wir warten alle auf den Anton Rammel. Der, ist er das schon? Ist er da schon gestartet? Eine Zeitmessung läuft hier noch nicht mit. Jawohl, das ist er schon. Jetzt ist die Grafik auch da. Herrlich aus der Drohnenperspektive aufgenommen. Zieht er da runter. Geht in Hocke hier im Flachstück. So, der kleine Übergang in den mittleren Hang. Jawohl. Also es dreht wirklich sehr stark hin und her. Am Donnerstag beim Riesenslalom hier Sechster gewesen der Anton Rammel. So, der letzte lange Schwung fährt alles in Hocke durch. Und setzt die erste Richtzeit. Zeit bleibt hier nicht stehen. Ich schaue mal hier auf den iPad, wo die Ergebnisse draufstehen sollen. Und genau das war es, was sie vermeiden wollten. Dass die Zeit nicht stehen bleibt. Aber auf dem Ergebnismonitor steht jetzt 59,45. Und Stefan Luitz ist unterwegs. So. WM Bronze. Im Weltcup schon einmal gewonnen 2019. So, jetzt bei dem langen Schwung hinein in den Steilhang. Der ist einer, der könnte über den Weg, also über die direkte Linie hier, es schaffen, richtig schnell zu sein. Ganz ruhig fährt er da, ruhiger Oberkörper. Versucht zu ziehen, sauber den Außenschied zu setzen, darf nicht zu hart kanten. Kraml ist hier alles in Hocke durchgefahren. Stefan Luitz. So, jetzt schauen wir mal, was er gefahren ist. Die Zeit war minimal schneller. 15 hundertstel war er schneller als Anton Kraml. 59,32. Das sehe ich am Ergebnismonitor. So, die Startnummer 3, Patrick Kenney aus USA, fährt normalerweise University-Rennen. Also auch Amerikaner hier am Start. Zwei sogar in der ersten Startgruppe. Der hier schon ins Flachstück einbiegt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten für die Amerikaner, sich in den Weltcup vorzuarbeiten. Über diese Noram-Serie, das ist der Europa-Cup, das Pendant in den USA. Oder über die University-Serie, also über die Studentenrennen. Haben schon einige erfolgreich gemacht, sogar ausländische Athleten. Zuvor auch zum Beispiel einige Norweger, die das fabriziert haben, diesen Weg gegangen sind. 24 Jahre, Patrick Kenney. Schaue ich auf den Ergebnismonitor. Dauert ein kleines bisschen, bis der dann die Zeit ausweist. Noch haben wir keine Zeit. Und unterwegs ist schon Bastian Meisen, der Titelverteidiger im Riesenslalom. 2019 ist er deutscher Meister geworden. Das ist ein 100-Kilo-Mann. Der ist 1,98 groß. Der mag's im Flachstück. Der niedet dir die Tore um. Der greift voll an. Im Weltcup, wenn er fahren würde, wenn er sich da qualifiziert, dann muss er dann mit letzter Startnummer ran. Heute hat er die Möglichkeit, gegen einen Stefan Luitz und einen Alex Schmid mit guter Startnummer 4 antreten zu können. Wird ganz, ganz eng. Halbe Sekunde hinter Stefan Luitz. Anton Grammel immer noch auf Rang 2. Bastian Meisen schon mit 47 hundertsten Sekunden auf Rang 3. Und Patrick Kenney wird hier an Nummer 4 geführt. Alec Scott, der ihre. Auch er 24 Jahre. Vier Weltcups gefahren dieses Jahr. Zwei Stück in Adelboden. Bisher noch keine Weltcup-Punkte. Sehr feine Technik, die er da fährt. Sehr feine Klinge. Kleiner, leichter Läufer im Vergleich zum großen Bastian Meisen zuvor. Zum Brecher. Ja, so ein kleiner, filigraner. Bin ich gespannt, ob der da im Flachstück einigermaßen vorwärtskommt. Der Computer springt um. Alec Scott, 52 hundertstel hinter der Bestzeit. Also kann die Bestzeit von Stefan Luitz nicht gefährden. Jonas Stockinger aus dem Bayerwald. Ganz ruhiger Typ. Bayerwald, können Sie sich vielleicht noch erinnern an Alois Vogel, der mal einen Slalom-Weltcup auch gewonnen hat. Und die Trainer haben mir gesagt, du hast ein ganz ähnlicher Typ. Ganz ruhig. Ein bisschen Hüttenprobleme. Diesen Winter auch mal einen Sturz gehabt. Ein bisschen pausieren müssen wegen einer Schuhrandprellung. Und fährt oben wirklich super. Richtig, richtig klasse unterwegs. Fährt sehr direkte Linie. Sehr harmonisch, sehr rund. Tolle Fahrt hier. Von Jonas Stockinger. Super. Der ist auf dem Weg zur Bestzeit. Jawohl. Fast eine halbe Sekunde schneller als Stefan Luitz. Diesen ersten Durchgang, den kann er sich einrahmen. Da wird er den ganzen Sommer, wird er dran denken, wird sagen, im ersten Durchgang, da habe ich den Weltcup-Fahrer Stefan Luitz voll im Griff gehabt. Und bin gespannt, ob er das im zweiten Durchgang halten kann. Das wäre natürlich ein Hammer. Das motiviert fürs Sommertraining. So, Lukas Wasmeier ist unterwegs. Der räumt da im oberen Teil schon die ein oder andere Stange nieder. Habe es ihm ja schon gesagt. Es ist sein erstes Rennen in dieser Saison. Er ist eingestiegen als Coach in der U16. Aber dass er es noch kann und das richtig gut ist, das sieht man hier. Mensch, da sieht man auf seinen Vater Skifahren, der den Innenstieg so ein bisschen angehoben hat, als Riesensladung-Weltmeister in Borbio. Damals die Mütze verloren, die Brille verloren. Das liegt einfach in den Genen. Lukas Wasmeier. Also der Stadionsprecher sagt, dass er über eine Minute gefahren ist. Da müssen wir uns halt mal am Stadionsprecher ein bisschen orientieren, wenn es in der Grafik nicht ganz passt. Simon Luca Wolf, ein ganz interessanter Läufer. Der war jeweils Zweiter hier am Dienstag und am Donnerstag diese Woche bei FIS-Rennen. Also der hat schon mal fleißig FIS-Punkte gesammelt. Kennt diesen Hang. Oben fährt er mir ein bisschen sehr hart. Ja, halbe Sekunde Rückstand. Der will zu viel. Der fährt an die Stange hin, reißt da jedes Tor nieder, müssen die Helfer vom Skiclub Starnberg da oben das Tor wieder aufbauen. Achtzehntel jetzt der Rückstand. Ja, das ist nicht ganz so locker und so rund und so weich wie Jonas Stockinger. Der haut da voll rein. Wird wahrscheinlich denken, ich habe doch keinen einzigen Fehler gemacht und kann sich unten im Ziel nicht erklären, warum er 87 Wunderstel hinter Jonas Stockinger zurück auf Rundfünft. Und hier geht Schlag auf Schlag. Der nächste unterwegs Julian Rauchfuß mit der Startnummer 9. Starke Saison in diesem Winter. Der Allgäuer von der RG-Renngemeinschaft Burig-Mindelheim. Die ersten Weltcup-Punkte in dieser Saison. Beim Parallelriesenslalom in Lech. Und danach nochmal als 26. in Flachau die ersten Slalom-Weltcup-Punkte. Oh, der Außenschiemal in der Luft. Wartet hier so immer ein bisschen zwischen den Toren. Jetzt kommt er ein bisschen besser auf Tempo. Also sieht man deutlich den Unterschied zu Jonas Stockinger. Unten gefällt er mir gar nicht schlecht. Unten hat er es viel besser gemacht als im oberen Teil. Unten verliert er auch nicht mehr viel. Am Ende eine gute Sekunde Rückstand. Auf der Anzeige. Julian Rauchfuß, Rang 8. Wunder Stockinger, weiter in den Führung. Mit der 58, 87, 52, 100. Der Hinterpatsch, der Kenny, Stefan Lohitz mit 45, 100 auf Rang 3. Wir haben kurz den Startdruck gehabt. So, jetzt scheint gerade das Kernbrot zu sein. Und das ist ja auch... Die Zeit bleibt nicht stehen, kann auch nicht stimmen. Die wäre jetzt erst bei einer Minute. Also diese Zeit ist sicherlich nicht richtig. Außer er hat abseits der Kameras eine kleine Abkürzung genommen. So, der nächste Backup-Fahrer, Alexander Schmid. Was ist der für einen tollen Winter gefahren in dieser Saison. Vor allen Dingen die Weltmeisterschaft. Als so wahnsinnig steil war, so schwierig zu fahren. Da war er dritter nach dem ersten Durchgang. Bei der Zwischenzeit, bei der ersten und zweiten Durchgang, nur eine Hundertstel hinter dem späteren Weltmeister. Févre. So, und die Zwischenzeit, die stimmt genauso wenig wie die Zeit zuvor. Von der Startnummer 12, Alexander Schmid. Mag es eigentlich lieber steiler. Guter Lauf. Bis hierhin fällt mir gut. So, also mit sechs Sekunden Rückstand kann ich ganz stimmen. Rang 3, das glaube ich schon eher. Ich gehe mal davon aus, dass der hinter Jonas Stockinger und hinter Stefan Wulz auf Rang 3 liegen könnte. Das würde Sinn machen, das sah so auch aus bei seiner Fahrt. Muss alles nach diesem ersten Durchgang dann nochmal alles nachgerechnet werden. Ist halt kein Weltcup-Rennen in so einer deutschen Meisterschaft. Trotzdem machen es hier die Ausrichter vom Stichlub Starnberg wirklich, wirklich gut. Und es ist wichtig, dass Rennen stattfinden, dass die Athleten Punkte sammeln können. Brian McLaughlin, der nächste Amerikaner, kein Nachwuchsfahrer, der ist schon 27 Jahre alt. Und hat auch schon mehrere Weltcup-Einsätze, aber nie Weltcup-Punkte gemacht. Ja, in den letzten Toren. Auch unter einer Minute Rang 6, jawohl. Kein schlechter Lauf von Brian McLaughlin. Und dann durch, gleich zum Skilift. Hier gibt es übrigens eine Göttschenalm, die ist nicht geöffnet. Also es gibt keine Möglichkeit, sich hier irgendwo zu verpflegen. Moritz Opetnik, der nächste Österreicher, ist unterwegs. Sehr aktiv, auch mit der Oberkörperarbeit, also sehr motiviert. Hier tief geworden von der Linie, fährt ein bisschen der Linie hinterher. Also gerade auf die Stange zu und muss nach dem Tor dann die Richtung machen. Kärntner vom Skiclub Petzen. Tolles Skigebiet dort. Ja, und ein bisschen hart unterwegs kommt mir vor. Für den Moritz, ja, Rang 12, 1,00, 59. Ja, die Bestzeit ist doch eine 58er-Zeit. Ja, lieber Claudio, vielen Dank für die spalte Kommentierung. Ja, leider unser iPad mit den Ergebnissen, die sind ein bisschen durcheinander geraten. Also ein bisschen schwierig hier bei der Deutschen Meisterschaft im ersten Durchgang. Das muss ich noch ein kleines bisschen eingrooven. Aber die ersten 15 sind mal durch. Kleine, kurze Präparierungspause. Gleich geht es weiter mit den Startnummern 16 bis 30. So, und weiter geht's. Armin Dornauer, der Österreicher. Ein Tiroler. Aus der Europacup-Mannschaft in Österreich. Relativ häufig ausgeschieden. Deshalb muss er noch ein paar Fistrennen abklappern, deutsche Meisterschaft mitfahren. Auch bei der Junioren-Weltmeisterschaft dabei gewesen. Rang 7 im Slalom. Aber der wird morgen im Slalom auch jedenfalls auch am Start sein. Über eine Minute Laufzeit. Rang 11 für den Österreicher. Naja, und so langsam melden sich immer mehr die Zuschauer. Der Alexander Schwer ist dabei, begrüße ich. Dominik Fischer ist immer noch mit dabei. Julia Schaaf schaut uns zu. Schöne Grüße. Stefan Kraus, mein ehemaliger Schickkollege. Alle sind sie am Livestream mit dabei. Also, spektakuläres Publikum. Genauso prominent wie die Athleten hier runterfahren. Samuel Molling, der Italiener, ist unterwegs. So, die Zeit bleibt auch nicht stehen, aber über eine Minute jetzt hier. 1.0075 und es geht weiter mit dem nächsten Österreicher, Lukas Gasser. Jetzt haben wir auch verkürzten Startabstand. 40 Sekunden. Zack, zack geht es jetzt. Damit wir das große Programm auch durchbekommen. Vier Läufe müssen hier heute gefahren werden. Lukas Gasser ist unterwegs, der 19-jährige Österreicher. Jetzt ist die Zeitnahme komplett ausgefallen hier. Auch das iPad mit den Zeitennummern zeigt jetzt eigentlich gar nichts mehr an. Aber auf den müssen wir nochmal Obacht geben. Linus Strasser, der Skilöwe, also auch vom Skiverband München. Dieses Jahr sein erster Weltcup-Sieg in Zagreb. Jetzt fährt der Riesensladung mit. Das war ja mal ein richtig guter Riesensladung-Fahrer. Gut, Fabian Himmelsbach ist unterwegs, der Allgäuer. Sechs Weltcup-Slag uns schon gefahren. Noch keine Punkte geholt. So, Zeiten haben wir jetzt leider keine. Ich höre nur den Stadionsprecher, dass er von irgendwelchen Zeiten redet. Ich sehe hier leider keine. Weder in der Grafik noch hier beim iPad, der uns die Zeiten anzeigen soll. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Christoph Meisel unterwegs sein müsste mit der Nummer 21. Ein Österreicher aus der Europakam-Mannschaft in Österreich. Und der Nächste, der unterwegs ist, ist der Klausi Nikolaus Pföderl aus Bad Heilbrunn. Pföderl, ja, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Eishockey-Spieler. Ja, sein Bruder ist ein guter Eishockey-Spieler. Ansonsten ist es eher eine Skifamilie. 23 Jahre vom Skiclub Lengriest. Auch so eine Kaderschmiede, genau wie der SC Garmisch, wie der Skiclub Starnberg. Diese Skivereine halten die Skitradition einfach hoch. So, also, nachdem wir jetzt leider keine Zeitmessung mehr haben und auch keine Grafik mehr, Ich würde jetzt einfach sagen, jetzt schauen wir uns die nächsten sieben Läufer noch an. Das ist eine ganz interessante, wie zum Beispiel hier der Sebastian Holzmann. Auch ein Weltcup-Fahrer, vor allen Dingen im Slalom. Dieses Jahr fünfmal in den Punkten gewesen mit 40er Startnummern. Toll, dass er hier fährt, dass er im Riesenslalom dabei ist, dass er sich matcht um den Titel. Zeiten müssen wir dann alle nachreichen. Um 12 Uhr der zweite Durchgang, da wissen wir es dann mehr. Und da klappt es dann hoffentlich auch mit der Zeitmessung. Ich stelle Ihnen einfach so ein bisschen die Fahrer vor. Anton Tremmel. Der eigentliche Slalom-Fahrer, der aber am Donnerstag beim FIS Riesenslalom am Göttschen hier überraschend gewonnen hat. Also da hat er den Riesenslalom-Fahrer mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Also auch einer, der hier am Start ist. Stefan Rieser mit der Startnummer 25, der 22-jährige Österreicher. Auch er hat hier schon mal trainiert auf diesem Hang. Am Donnerstag auch mit dabei gelesen auf Rang 8. Und das ist ein ganz interessanter Nachwuchsfahrer. Das ist der Junioren-Weltmeister im Super-G. Und in der Abfahrt hat er Bronze geholt. Also ein Speed-Spezialist, einer der guten, jungen Österreicher, der auch noch ein paar Punkte braucht im Riesenslalom. Und im Training fahren die Speed-Spezialisten ja auch sehr viel Riesenslalom. Basistechnik ist nicht so oft möglich, eine Abfahrt abzusperren im Training, auch irgendwo in den Skigebieten. Da braucht man sehr viel Personal. Haben die Österreicher natürlich. Aber meistens wird Riesenslalom trainiert. Stefan Rieser. Hat mir gut gefallen, wie er gefahren ist. So, mit der Startnummer 26, Felix Lindenmeier, 18 Jahre jung. Nachwuchsfahrer. Eher ein Slalom-Spezialist. War beim Slalom am Jänner auf Platz 4 bei der Union-Weltmeisterschaft im Riesenslalom 11. Also einer der guten deutschen Nachwuchsfahrer. Junioren-WM in Bansko in Bulgarien gewesen. So, die Nummer 27 sollte unterwegs sein. Jawohl, hier ist er. Ole Schmetzer. Er ist 21 Jahre alt. Mehrere Europa-Cup-Einsätze in diesem Winter. Allerdings keine Punkte geholt. Einer, der gerne auch mal aussteigt. Allerdings hier relativ wenig Ausfälle am Götzchen. Also saubere Außenschied-Technik. Fast schön umsteigen, was er da fährt. Der Ole Schmetzer mit der Nummer 27. Also dann lasse ich immer schön freistehen, wenn die Athleten ins Ziel kommen. Vielleicht hört man dann vom Stadionsprecher die Zeitnahme. Mit der Nummer 28. Vom Altenverein in Peißenberg. Sektion Peißenberg. Der Maxi Schwarz. 18 Jahre junger Athlet. Das ist der C-Kader. Fährt da unten gerade weg. Einer, der gerade im Moment sein Abi baut. 18 Jahre ist er jung. Das heißt, im Moment unter der Woche macht er Schule und lernt am Wochenende. Fährt da Skirennen. Also der hat wirklich eine stressige Zeit, während Corona Abi machen zu müssen. Und nebenher noch Leistungssport. Da ziehe ich wirklich den Hut. vor Maxi Schwarz. Bitte da weggehen. Maxi Schwarz gehört zu 20. Auf der Strecke. Vordentlich Zuchtkopf. Bereit gestartet. Kette 29. Da ist er der Maxi Schwarz. Kleiner, leichter Athlet. Er fährt ein bisschen weite Wege. Fällt hier ein bisschen über den In-Ski. Maxi Schwarz. Maxi Schwarz. Maxi Schwarz. Maxi Schwarz. Maxi Schwarz. Also angeblich eine Minute 0075 gefahren. So, jetzt haben wir mal die FIS-App aufgemacht und schauen mal, ob wir da die Zeiten vielleicht bekommen. Andrej Surkos, der Tscheche ist unterwegs mit der Startnummer 29, 21 Jahre alt. Also auf Rang 21 der Tscheche. So, den letzten, den wir jetzt noch übertragen und Ihnen zeigen, Julian Schütter aus Österreich, 22 Jahre alt. Also die Österreicher hier mit dem größten Kontingent. So, also die ersten 30 sind im Ziel. Es führt Jonas Stockinger vor Patrick, Kenny aus den USA, Alexander Schmied auf Rang 3 und auf Rang 4, Stefan Nulz. Das war's vom ersten Durchgang. Um 10 geht's weiter. Kurz vorher melde ich mich mit dem ersten Durchgang Slalom der Frauen. Mit der Startnummer 32. Max, kurz vor dem Ziel. Gleich über eine Minute sein hier. 3 mit einem 1 zu 1 zu 9. 1 zu 0 1 zu 09. Max Brotten, Rang 7 und 20. Max Emilian Hausmann, Startnummer 32. Auf der Strecke vom PSG Röchlingen. Hannes Ammann, der auch bereits gestartet. Mit der Startnummer 33. Max Emilian Hausmann, der auch bereits gestartet. Mit einer Zeit von 1 zu 0 1 zu 84. 1 zu 0 1 zu 84. Rang 31. Max Emilian Hausmann. Nächster Läufer. Hannes Ammann, die Gang 31. Carlo Thomas, Startnummer 34. Auf der Strecke vom PSG Röchlingen. Auf der Strecke. Auf der Strecke. Sachs, Kinnrach, Startnummer 33. Gestartet. Wir warten auf den Hannes. Hannes Ammann. Kurz vor dem Ziel. Mit einer Zeit von 1 zu 0 2. 22. 1 zu 2. 22. Rang 33. Für den Hannes. Carlo Dorn. Auf der Strecke. Sachs, Kinnrach. Und er bereits gestartet. Mit 2x. Auch er. Bereits. Und rechts. Drei Läufer auf der Strecke. Carlo Dorn, der nächste, der jetzt hier in das Zielgleich reifahren wird. Das kommt der Carlo. Carlo Dorn, der Westen Ammann. Mit einer Zeit von 1 zu 0 2. 2 zu 0 57. 1 zu 0 2. 2 zu 0 57. Rang 34. Sachs, Kinnrach. Startnummer 35. Und der Ex. Mix. 20. Ex. 2. Aus. 2. 3. 3. 1. 3. 4. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Erster Durchgang Deutsche Meisterschaft, Slalom der Frauen. Sie sehen hier links zwar einen Riesenslalom ausgeflaggt, allerdings, das ist schon die Kurssetzung für den zweiten Durchgang, Riesenslalom der Männer. Hier rechts, dieses Stangenmikado, das Sie gerade gesehen haben, das ist der erste Durchgang der Frauen. Und ja, die Besetzung ist hervorragend von dieser Deutschen Meisterschaft. Mit der Startnummer 1 haben wir gleich Andrea Filser, während wir hier diese wunderbare Drohnenaufnahme vom Start sehen. Andrea Filser, da klingelt es bei den Skifans natürlich, sie ist die Bronzenmedaillengewinnerin bei der Weltmeisterschaft im Team. Die ist da hervorragend gefahren und übrigens auch gestern, da hat hier ein Team-Event bei der Deutschen Meisterschaft schon stattgefunden. Da fahren dann nicht Länder gegeneinander wie bei der Weltmeisterschaft, sondern eben Skiregionen, Skigauer. Und da hat das Allgäu gewonnen im Finale gegen das Werdenfels. Andrea Filser, sie ist fürs Werdenfels eingetreten, hat alle ihre Läufe gewonnen, genauso wie bei der Weltmeisterschaft. Und auch beim Weltcup-Finale, als sie zweite geworden ist im Team. Und dann haben wir natürlich mit der Startnummer 3 Lena Dürr, die vielleicht beste deutsche Slalom-Fahrerin im Moment. Allerdings, sie ist zwar die Titelverteidigerin im Slalom, muss das aber heute und hier an Göttschen beweisen. Dann haben wir noch mit der Startnummer 7 Emma Eicher, das große Nachwuchstalent, der Rohdiamant, der aus Schweden nach Deutschland gewechselt ist und die auch im Team-Events bei der Weltmeisterschaft in Cortina mit dabei war und sich bravourös geschlagen hat. Sie sehen es hier an den Aufnahmen, es zieht langsam zu, wenn sie heute schon dabei gewesen sind im ersten Durchgang. Der Männer soll noch schlechter werden und eine Schlechtwetterfront reinkommen. Deshalb waren die Organisatoren nicht gerade happy, dass sie den ersten Durchgang auf 10.15 Uhr verlegen mussten. Also eine Viertelstunde später als ursprünglich geplant. Der ausrichtende Verein ist der Skiclub Starnberg. Ein sehr modern aufgestellter Skiclub, der das hier zum dritten Mal macht bei einer deutschen Meisterschaft. 2015 haben sie eine deutsche Meisterschaft ausgedacht, 2019 jeweils in Seefeld in Österreich. Da wären sie dieses Jahr auch sehr gerne hingegangen, aber wegen Corona war das alles nicht möglich. Und jetzt sehen wir hier die Startliste. Vilsa mit der Startnummer 1, Lena Dürr mit der Nummer 3, eine Italienerin, Insam ist auch mit dabei. Und schauen Sie sich das an, zwei Koreanerinnen sind auch mit dabei in den Top 15. Also das wird wirklich hochinteressant hier, dieser erste Durchgang bei der internationalen deutschen Meisterschaft. Hier kommen die Wolken, für den Slalom macht es gar nichts, es wurde nochmal gesalzen, plus 8 Grad im Zielraum. Und das ist der Lauf, der erste Durchgang, ausgeflackt von Christian Wallinger, dem ehemaligen Weltcup-Fahrer. Das Gelände ist wunderbar, nicht steil, nicht ganz flach, so mittelflach dahin, wo man richtig voll ballern kann, wo man so richtig Spaß haben kann. Am Hang natürlich auch die Weltcup-Trainer, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die hier ihre Athleten natürlich verfolgen, wie sie um den Titel des deutschen Meisters und der deutschen Meisterin fahren. Und natürlich auch die Nachwuchstrainer, Andal Ertl, der Nachwuchschef des deutschen Skiverbandes. Sieht da mal, wie sich seine Nachwuchstalente schlagen, wenn sie gegen die Weltcup-Athleten antreten. Das ist eine tolle Chance, sich für den Nachwuchs zu präsentieren, mal mit ähnlichen und guten Startnummern gegen die Weltcup-Stars anzutreten. Heute Riesenslalom der Männer und Slalom der Frauen, morgen dann umgedreht, da fahren dann die Frauen Riesenslalom und die Männer ermitteln den deutschen Meister in Slalom. Und es geht für den Nachwuchs natürlich auch vor allen Dingen darum, gute FIS-Punkte zu sammeln. So sieht es aus. Ich habe das vorhin schon mal erklärt. Nach den Weltcup-Punkten, ab der Nummer 31 der Weltrangliste, da geht es dann nach FIS-Punkten. Und da gibt es ein Weltranglistensystem, überall auf der Welt, wo internationale FIS-Rennen gefahren werden, ist das immer gleich. Das richtet sich an, ab dem Zuschlag, wie gut die Besetzung ist, da wird sozusagen bewertet, wie hochklassig, wie gut besetzt war dieses Rennen. Und der zweite Teil dieser Punktermittlung ist dann der Rückstand. Wenn ich nah dran bin am Sieger, mache ich richtig gute FIS-Punkte. Und heute ist die Besetzung sehr, sehr gut. Die ganzen Weltcup-Fahrerinnen des Deutschen Schieferbandes sind hier mit am Start. Dadurch wird das Rennen aufgewertet. Und die Nachwuchsathletinnen haben die Möglichkeit, möglichst nah ran zu fahren und deshalb in der Weltrangliste dann nach vorne zu klettern. Sie haben es ja an der Standliste schon gesehen, es ist eine internationale deutsche Meisterschaft. Einige Italienerinnen sind mit dabei, einige Österreicherinnen sind mit dabei. Vor allen Dingen morgen im Riesenslaum werden auch einige Österreicherinnen dabei sein. Da haben sich einige aus der österreichischen Weltcup-Abfahrtsmannschaft auch angekündigt. Also, jetzt der erste Vorläufer ist unterwegs und ist auch schon gestürzt. Oje, oje. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Ohr. Übrigens im Riesenslaum ist das dem ersten Vorläufer auch passiert. Kein guter Tag für Vorläufer heute. Das Gelände ist nicht besonders schwer, keine schweren Übergänge drin. Geht relativ mittelsteil immer so dahin, sodass man sich voll auf den Lauf konzentrieren kann. Kurz vor dem Ziel dann nochmal eine Vertikale. Dann sind es noch vier Tore runter ins Ziel. Im Vorläufer ist zum Glück nichts passiert. So, Vorläufer B. So, und da werden vor allen Dingen die Zeitnehmer jetzt mal testen, ob das auch wirklich alles klappt. Die Piste ist natürlich nicht besonders hart, aber durch Salz ist sie leicht angehärtet, sodass sie einigermaßen halten sollte, vor allen Dingen für die ersten 15. Hier sehen wir es, eine Dreiervertikale, ein bisschen quer gegen den Hang gesetzt. Leichte Rhythmuswechsel immer wieder nach den Torkombinationen. Offene Tore, die hier in diesem Teil relativ stark drehen. Hier wird es dann ganz flach, langer Schwung, also ein Schwung, zwei Tore. Und dann kurz vor dem Ziel gibt es dann nochmal eine Vertikale. Hier Dreiervertikale, Vierervertikale. Und dann nochmal vier offene Tore, einen kleinen Absatz runter ins Ziel. So, dann hoffe ich natürlich, dass all die ehemaligen Skirennfahrer, die uns im ersten Durchgang Riesenslalom zugeschaut haben, dass die auch wieder mit dabei sind. Die haben sich zum Teil bei mir gerührt. Während wir hier mal die Vorfahrerin C sehen, die hier eine Torkombination nicht korrekt passiert hat, eine kleine Abkürzung genommen hat. Eigentlich sollten die Vorläuferinnen ja auch eine Spur legen. Ich hoffe, die Nummer 1, Andrea Felser, fährt diese Spur da nicht hinterher, sondern hat den Lauf gut besichtigt. Also, bei den Männern, da waren mit dabei Markus Wasmeier hat mir geschrieben, der Hans-Jörg Tausch, Martina Ertl-Renz, Stefan Kraus, alle meine ehemaligen Ski-Kollegen, alle interessieren sich für die Deutsche Meisterschaft und für unseren Livestream auf BR24.de. Also, das ist doch toll. So haben wir wieder Kontakt, alle waren mit dabei. So, und das ist jetzt der vierte Vorläufer. Und das sieht dann schon sehr sportlich und sehr dynamisch aus. So ähnlich wird es dann auch gleich ausschauen bei der Andrea Felser. Die wird dann nochmal einen Zacken zulegen. Dann nimmt man gerne so ein bisschen Nachwuchsfahrer, die man bei der Deutschen Meisterschaft Vorläufer machen können. Ich kann mich erinnern, ich habe mal in Bad Wiessee bei einem Weltcup-Rennen als ganz junger C-Kaderfahrer Vorläufer machen können. Damals hat Ingemar Stenmark gewonnen. Mei, dieses Erlebnis habe ich bis heute nicht vergessen. So, und jetzt steht die Startnummer 1 am Start. Andrea Felser scherzt dann noch mit dem Startrichter. Passt alles. Ja, kannst fahren, alles okay. Also, die ist locker drauf. Hat ihre ersten Welker-Punkte im Slalom auch geholt. Schon vor vielen, vielen Jahren. Aber in dieser Saison einmal gepunktet beim zweiten Slalom in Orre. WM-Bronze-Medaillengewinnerin. Also, der Lauf immer so ein bisschen quer, so ein bisschen traversieren. Hier die offenen Tore. Hier wird es ganz flach. Die Athletin vom SV Wildsteig. So, und dann ist sie schon in den letzten Toren. Hier nochmal ganz flinke Beine, der letzte kleine Absatz. Und dann geht es ins Ziel. Laufzeit 46, 65, also unter 50 Sekunden. Relativ schnell vorbei. Also, ein Sprint-Slalom. Volle Attacke. Und mit der Startnummer 2, Martina Ostler, ist schon unterwegs. In diesem Winter zweiter bei einem Europa-Cup-Slalom in Frankreich. Eine Slalom-Spezialistin, die da Gas gibt. Also, die Mädels, die hauen sich da schon richtig rein. Sehr dynamisch gefahren hier im Mittelteil. Sehr enge Wege gefahren. Gefällt mir gut, was die da macht. Räumt da die Stangen ab. Vom SC Garmisch. 22 Jahre jung. Zieht das richtig dynamisch durch. Klasse Lauf. 1600 schneller als Andrea Filser. Also, klasse. Das ist doch schon mal eine Ansage. So, und jetzt die große Favoritin, Lena Tour. Die beste Slalom-Saison ihrer Karriere liegt hinter ihr. Top-Platzierungen in Orre. Vierte und Fünfte. In Orre, so gut war sie noch nie. Da hat sie beim Weltcup-Podest angeklopft. Beim Weltcup-Finale hat es dann nicht mehr ganz so gut geklappt. Aber sie fährt wirklich eine tolle Saison. Eine super Saison. Lena Tour. Arrivierte Athletin. Sie könnte es ja. Ja, im Training ist sie immer so gut dabei. Bei ihr ist das Problem manchmal so ein bisschen zwischen den Ohren. Wenn sie das dann umsetzen kann, was sie im Training fährt und was sie drauf hat, dann kann sie voll in der Welt der Elite mithalten. Toller Lauf von ihr. Sechshundertstel hinter der führenden Martina Ostler. Also ganz, ganz eng. Die ersten drei nur durch sechzehnhundertstel gedreht. So, unterwegs Vivian Insam, die Italienerin. Am Dienstag war sie noch bei der italienischen Meisterschaft unterwegs. Dann ist sie dritte geworden in Livigno. Gewonnen hat Federica Brignone, zweite Verena Tschutschenthaler. Die ist hier auch am Start. Und sie war dritte. Also, die ist richtig gut in Form. Und braucht auch noch ein paar FIS-Punkte. Bei der Einfahrt in den Zielhang. Und die ist noch mal schneller als Martina Ostler. Ich hab's doch gesagt. Die ist super drauf, die 23-Jährige aus Gröden. Da kommen doch eigentlich normalerweise die Abfahrtsspezialisten hinher. Paulina Schlosser. Toller Grundspeed. Das hat mir gestern Anderl Ertl nochmal gesagt. Mit dem haben wir mich lang unterhalten. Er hat mir nochmal ein paar Infos gegeben zu den Nachwuchsathletinnen und Athleten. Hier der lange Schwung. Dann die Dreiervertikale quer zum Hang. Also, sie hauen sich hier voll rein. Relativ große Variabilität noch in ihren Ergebnissen. Also, die hätte einen super Grundspeed. Aber die Konstanz fehlt hier noch ein bisschen. Im Europacup mit der Nummer 97 mal auf Rang 13 nach vorne gefahren. Dann hat sie wieder ein bisschen ausgelassen. Aber auch die ist hier richtig gut unterwegs bei der Deutschen Meisterschaft im ersten Durchgang. 47, 68, Rang 5. Sie die erste, die jetzt doch einiges verliert. So, Lady Schmotz ist unterwegs. Eine Athletin, die drauf und dran war, in die Weltspitze vorzudringen. Und dann hat sie sich letztes Jahr mitten in der Saison gestreckt. Und gar nicht, ob ich immer sage. Das Kreuzband gerissen. Das war echt so bitter. In dieser Saison, ein bisschen früh angefangen vielleicht, musste die Saison unterbrechen. Wegen anhaltender Knieschmerzen fährt jetzt die Deutsche Meisterschaft und versucht noch mal ein paar Fisspunkte zu holen. Im Slalom, wie auch im Riesenslalom. Weil in den Welkerpunkten ist sie natürlich aus den Top 30 rausgeflogen. Rang 5, 8 Zehntel der Rückstand, also Insam immer noch vor Martina Ostler, Lena Dörr auf Rang 3 und 4. Andrea Filser. So, und auf die nächste sind wir alle sehr gespannt. Das große Talent, Emma Eicher. Und die ist auch groß, richtig groß. Großgewachsen, 17 Jahre jung, noch nie ein Weltcup-Rennen gefahren. Bis heute kein Weltcup-Rennen gefahren. Und trotzdem für die Weltmeisterschaft nominiert. Da hat der Deutsche Skiverband mal eine andere Taktik angewendet. Normalerweise muss man ja entweder einmal unter die Top 8 oder zweimal unter die Top 15. Sie haben sie einfach nominiert, obwohl sie nie Weltcup gefahren ist. Und dann war sie gleich ein wichtiger Faktor im Team-Event bei der Weltmeisterschaft. Dann war im WM-Team das Bronze geholt hat. Also die holt erstmal eine Weltmeisterschaftsmedaille vor ihrem ersten Weltcup-Einsatz. Rang 5, die ist auch nur eine halbe Sekunde hinter der führenden Vivian Eicher. Sophia Waldorf, die erste Österreicherin vom SC Hochpustertal in Österreich. Anfang März bei der österreichischen Meisterschaft der Juniorinnen. Da hat sie gewonnen in St. Gallenkirch. Versucht immer mit den Armen so ein bisschen eine kleine Auftaktbewegung auch zu machen. Da sieht man ein großes Vorbild natürlich, St. Gallen- und Weltcup-Siegerin Katharina Lienzberger. Aber ein bisschen hart unterwegs kommt mir da vor, durch die relativ aufwendige Technik. Und da ist sie auch schon fast zwei Sekunden zurück, am Ende des Classements, achte, mit Startnummer 8. Vera Czucenthaler, vorhin habe ich es erwähnt, genau wie wir in Ihnen sahen bei der italienischen Meisterschaft auf dem Siegerprotest. Und ihre Teamkollegin, die führt. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie sie jetzt fährt, vom Amateursportflug Xisertal in Südtirol. Czucenthaler, klassischer Südtiroler Name. Reagiert hier ein bisschen auf die Stangen. Jetzt hat sie den Rhythmus wieder. Ein bisschen gebraucht, bis sie in den Rhythmus gekommen ist. Hier der lange Schwung, wo man kurz verzögern muss und dann erst anziehen muss. Die Teamkollegin, fand ich, war ein bisschen spritziger und dynamischer unterwegs. Sie verliert auf, wie wir in Ihnen sahen, eineinhalb Sekunden. So, und jetzt die erste Koreanerin, Sohui Kim. Und da fährt die Erfahrung von zwei olympischen Spielen mit. Die war in Sochi am Start, die war natürlich bei den Heimspielen in Pyeongchang am Start. Dafür sind sie aufgebaut worden, aber natürlich sind sie nicht ganz vorne mitgefahren. Dieses Jahr einmal im Weltcup eingesetzt, in Jasna. 24 Jahre alt. Ja, sieht man doch, fährt, schwingt weiter aus, fährt da so ein bisschen mehr bergauf. Ist nicht ganz so dynamisch wie die Athletinnen zuvor. Dreieinhalb Sekunden der Rückstand, also auch Korea versucht an die Wellspitze ranzukommen. Der Weg ist noch ein kleines bisschen. Die Weißrussin Maria Shkanova, 31 Jahre alt, wohnt in Minsk. Auch sie mit olympischer Erfahrung bei drei Spielen war die dabei. Die war sogar schon in Vancouver am Start. Sechs Weltmeisterschaften. Über Zweite am Donnerstag, also vorgestern, im Slalom der slowenischen Meisterschaft hinter Andrea Zloka auf Rang 2 in der internationalen Wertung. Also die klappern jetzt die ganzen nationalen Meisterschaften ab, lassen da kein Rennen aus. Nur eine Sekunde Rückstand, Rang 7, jawohl. Petra Unterholzer, die nächste Südtirolerin aus dem Ultental. Ja, Dominik Paares ist das große Vorbild. Der Modellathlet aus Südtirol. Mehrere Podestplätze bei FIS-Rennen in dieser Saison. So, im Europacup auch einige Starts. Einmal unter den Top 15. Petra Unterholzer, Holzner, verliert im ersten Durchgang auch schon zwei Sekunden. So, jetzt die Teamkollegin der Koreanerin Gui. Jetzt ist Jung Seo Kang dran. Die beiden immer zusammen unterwegs. Beide eben bei den Olympischen Spielen in Sorgho und Pyeongchang am Start gewesen. Und auch sie in Jasna mit dem ersten Weltkopeinsatz in dieser Saison. Auch bei ihr sieht man, das ist nicht so dynamisch wie bei einer Martina Ostler, einer Lena Doe oder bei einer Andrea Filze. Also am Ende ist es dann knapp drei Sekunden Rückstand für die zweite Koreanerin, die unterwegs ist. Jetzt wieder eine junge Deutsche, Luisa Mangold, 20 Jahre alt. Eine Slalom-Spezialistin vom SC Garmisch. Von dem Skiclub kommen natürlich schon seit Jahren unheimlich viele gute, tolle Talente. Sie ist am Oberjoch in dieser Saison Deutsche Jugendmeisterin im Slalom geworden. Also, jetzt bei den Großen matcht sie sich mit den Weltcup-Fahrerinnen. Heute eine Möglichkeit mal aufzuzeigen und zu zeigen, was man da drauf hat. Die Piste lässt jetzt natürlich mit der Startnummer 14 auch langsam ein bisschen nach. Zwei Sekunden Rückstand, Rang 12, ja. Ich glaube, da hat sie gehofft, dass sie ein bisschen näher dran ist. Jetzt aber wieder eine der Weltcup-Fahrerinnen, Jessica Hilsinger, die in dieser Saison ja mit einem Weltcup-Fixstartplatz in dieser Disziplin im Slalom gestartet ist. Weil sie die beste Europacup-Fahrer in der vergangenen Saison gewesen ist, hat ein bisschen gebraucht, bis sie sich in dieser Saison dann nach einer Materialumstellung gefangen hat und richtig in die Saison reingekommen ist. In der zweiten Saisonhälfte dann ganz gut. In Jasna war sie 18. Aber auch im Riesenslalom bin ich sehr gespannt morgen auf sie. Da hat sie im Europacup in Livigno mal gewonnen. Also ist immer so ein bisschen gependelt zwischen Weltcup und Riesen- und Europacup. Also Rang 7, neun Zehntel der Rückstand. Also ein bisschen hat die Piste schon nachgelassen. Jessica Hilsinger jetzt auf Rang 7. Die Freifahrer und Frau vom SC Oberstdorf, die ehemalige Lichtenstein. Karolina Oberlader, 21-jährige Österreicherin aus der Europacup-Mannschaft. Also die zweite Garde der Österreicherinnen. Relativ häufig ausgeschieden, deswegen braucht sie noch ein paar Punkte. Da hat man hier gesehen, dass sie ganz leicht auf dem Energy fast ausgerutscht wäre. Aber der Lauf, der lädt so ein, so richtig Vollgas zu geben. Okay, zweieinhalb Sekunden Rückstand nach dem ersten Durchgang. Das ist natürlich sehr viel. So, da wird noch geschäkert mit dem Startrichter. Der hat ihr die Freigabe noch nicht gegeben. Der Lucy Margreiter mit der Startnummer 17. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich kennen. Denn die ist vom Skiclub Starnberg. Und die Starnberger sind die Ausrichter. Das heißt, die ganzen Helfer, die hier rumlaufen, die hier das alles organisieren, die hier für einen reibungslosen Ablauf. Sorgen, die sind alle vom Skiclub Starnberg oder wenigstens vom Skiverband München. Und jetzt muss der ausgerechnet bei Lucy Margreiter das Rennen unterbrechen. Wunderbare Perspektive, wie sie sich hier aufreihen. Hier parallel wie so eine kleine Entenfamilie, die wartet, bis sie dran ist oben am Start. Links vom Gatter, da wird sich aufgewärmt, rechts vom Gatter, da haben sie die Rennski dann schon an. Da steigt dann die Nervosität. Und Sie sehen es, alles Corona-gerecht. So wenig Betreuer und Personen wie möglich. Keine Zuschauer in diesen Tagen natürlich hier bei der Deutschen Meisterschaft. Alle Athleten und Athletinnen, alle Betreuerinnen und Betreuer, alle Helfer, die müssen hier einen Corona-Test machen, um hier überhaupt am Rang sein zu dürfen. Lucy Margreiter, vor diesem Winter der Skimarki gewechselt, hat ein bisschen gebraucht, bis sie da das Vertrauen gefunden hat. Wäre gern auch ihr, so ein bisschen zurück auf die FIS-Ebene gegangen. Das ist ja morgen mal die Ebene unter der Europacamp-Ebene, also die Liga, sozusagen die dritte Liga der internationalen Skirennen. Aber ihre Trainer wollten unbedingt, dass sie Europacamp fährt und da regelmäßig mit dabei ist. So, und jetzt hat sie die Startfreigabe bekommen. Lucy Margreiter vom Skiklub Starnberg. Draußen ist es schade. Ja, das ist nicht ganz einfach, wenn man da schon im Startstanger drin gestanden ist und dann nochmal zurückgerufen wird. Und da kann es dann wirklich sein, dass man die Konzentration nicht ganz halten kann. Und dass die Anspannung dann auch immer größer wird, dass also die Nervosität nach oben geht. Das ist echt schade. Für Lucy Margreiter, die jetzt rauslässt. Hier nochmal die Wiederholung, da mit dem Innenski bleibt sie hängen, dann ist sie zu spät dran, legt sich nach innen und dann ist es vorbei für die Lucy. So, noch ein bisschen rutschen für die Männer. Der Riesenslalom direkt daneben. So, und jetzt die nächste Österreicherin, die unterwegs ist, ist die Elena Exenberger mit der Nummer 18. Aber wir konzentrieren uns auf Lisa Maria Leupitzberger, die oben am Start steht. Jetzt wechselt die Kamera dann doch zur Österreicherin. Die ist schon im unteren Teil, der untere Übergang. Und das ist nicht Elena Exenberger, sondern das ist jetzt Lisa Maria Leupitzberger. Ja, eigentlich eine Riesenslalom-Spezialistin, kleingewachsen, hier mag ich es lieber, wenn es steil und eisig ist, ihren ersten Wakecup gefahren in Sölden. Hat sich zwar nicht qualifiziert, aber hat angedeutet, dass sie da gar nicht so weit weg ist. War sehr erfrischend, der erste Auftritt im Wakecup. Das schaffen die wenigsten, auch die Weltmeisterinnen und Weltmeister, die da am Start sind, beim ersten Wakecup-Rennen, sich gleich zu qualifizieren. Aber Lisa Maria Leupitzberger im Slalom im ersten Durchgang leider schon mit über drei Sekunden am Start. So, Lea Klein unterwegs. Vater, ein hervorragender Fußballspieler gewesen. Norman, der war Bundesliga-Kicker für den ersten FC Kaiserslautern, also, die muss Gefühl haben in den Sprunggelenken. Und das ist ja so wichtig beim Slalom. Schon in den letzten Toren, zwei Sekunden Rückstand, Rang 14. Also, da hat sie eine gute Startnummer im zweiten Durchgang. Die Startabstände werden jetzt kürzer. Die versuchen jetzt, das Rennen runter zu prügeln. Sophia Zitzmann vom SC Geissach. Zu Beginn der Saison im November zwei Rennen gefahren, dann lange Verletzungspause. Und vorgestern und am Sonntag die ersten FIS-Rennen wieder, ist erst wieder eingestiegen. Da sieht man schon, dass sie doch ein bisschen zögerlich noch unterwegs ist. Das ist über drei Sekunden Rückstand für Sophia Zitzmann. Victoria Pella aus Großbritannien, ja. Ihr Landsmann, Billy Major, hat den Europa Cup im Slalom bei den Männern in der Gesamtwertung gewonnen. Also, die Briten, nicht nur Dave Riding. Da kommt eine Generation nach Dave Riding. Und da ist sie auch voll mit dabei, die 19-jährige Victoria Pella. Wir sagen ja nicht Billy Major zu den Briten, sondern Major Billy. So, für sie ist es jetzt wichtig, möglichst wenig Rückstand zu haben und auch im zweiten Durchgang bei besserer Piste dann den Rückstand so gering wie möglich zu halten und gute FIS-Punkte zu machen. Aber dreieinhalb Sekunden Rückstand ist mehr, als sie sich erhofft hat. Und Kim Marshall, die Allgäuerin, wird trainiert vom ehemaligen Weltcup-Fahrer und meinem ehemaligen Teamkollegen Markus Eberle. Groß gewachsen. Sie versuchen sich schnell zu bewegen, ist auch schon in den letzten Toren. Tolle Zeit hier. Die fährt doch an die Top Ten ran, nur eineinhalb Sekunden Rückstand. Kim Marshall, ganz toll. Pauline Fischer ist schon unterwegs. Die 17-Jährige. Auch sie vom Skiclub Starnberg. War schön, wenn eine durchkommt vom Skiclub Starnberg. Ihre Teamkollegin vorhin gerade ja ausgeschieden. Tolle Perspektive nochmal von oben. Da hat man die ganze Dynamik auch mal gesehen, die in diesem Frauenschlalom drin ist. Das muss man wirklich sagen, die fahren da richtig toll runter. Kann man richtig gut anschauen. Ist natürlich auch kein schwieriger Hang, aber tolle Leistungen, die hier gezeigt werden. So, hier wird gerutscht. In der Mitte des Laufs müsste eigentlich Nina Bachmann, die Italienerin, schon unterwegs sein. Die 19-jährige Italienerin. Ich schaue mal aus meinem VW-Bus hier raus, ob ich sie irgendwo sehe. Ich sehe sie nicht. Könnte sein, dass sie ausgeschieden ist. Abandon. Ausgeschieden. Und schon unterwegs ist die nächste Athletin mit der Startnummer 26. Meirin Schulhofer, die Österreicherin. Ja, im Moment finden ja auch die österreichischen Meisterschaften statt, aber eben zum Teil auch in den Geschwindigkeitsdisziplinen. Da ist der Slalom schon durch. Und deswegen werden da auch einige Österreicherinnen hierher geschickt, um nochmal FIS-Punkte zu machen. Jede Nation hat da so ein gewisses Kontingent. Und wenn der Deutsche Skiverband FIS-Rennen im Ausland fahren möchte, dann dürfen die da auch Athletinnen und Athleten hinschicken, aber eben nur ein gewisses Kontingent. Meirin Schulhofer, dreieinhalb Sekunden Rückstand, Rang 23. So eine Deutsche ist wieder unterwegs. Katharina Haas. Katharina Haas, statt um 27, auf der Steckend. 18 Jahre junges Nachwuchstalent. Eine wunderbare Perspektive, diese Drohnen-Kamera. Versucht ihr mit ruhigem Oberkörper zu fahren und immer nur kurz die Hand zu heben, um dann die Stange weg zu boxen. Also die Grundtechnik, die würde schon mal passen. Jetzt wäre es schön, wenn sie natürlich nochmal ein bisschen mehr Gas geben könnte. Dank 25. So, jetzt muss der Rutscher da noch raus. Noah Block, eine Niederländerin. Und wenn man weiß, Niederlande, ja, die Insider wissen, die Mutter von Marcel Hirscher ist auch Niederländerin. Also, ein mehrfacher Gesamtweltcup-Sieger und der Gesamtweltcup zur Hälfte immer auch für die Niederlande. Es sind auch Belgier hier am Start. Dänen sind am Start. Sogar ein Brasilianer bei den Männern jetzt am Start. Und hier, nur gut drei Sekunden Rückstand. Gar nicht so schlecht gefahren. Hier im ersten Durchgang die Niederländerin. Elina Lipp, die vorletzte Athletin, die wir hier im ersten Durchgang im Livestream auf BR24 zeigen wollen. Auch sie, 18 Jahre jung, fräst hier im Mittelteil dahin, streckt die Arme immer nach oben, hockt ein bisschen weit ab und klappt den Oberkörper nach vorne. Die geht fast in Abfahrtshocke-Position im Slalom. Also, sie, dreieinhalb Sekunden. So pendeln die sich jetzt gerade alle im Moment mit diesem Rückstand ein. So, und die letzte Athletin, die wir Ihnen zeigen wollen hier im ersten Durchgang, die Georgierin Nino Ziclauri. Also, hoch international hier die Besetzung bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft. Und dann ziehen wir schon ein kleines Fazit des ersten Durchgangs. Eine Italienerin hat hier Bestzeit. Nämlich Vivian Insam, die Südtirolerin, während die Georgierin jetzt mit drei Sekunden Rückstand auf Rang 20 einkommt. Martina Ostler auf Rang 2, Lena Dö auf Rang 3 und Andrea Filse auf Rang 4. Das war's. Um 12 Uhr geht's weiter mit dem zweiten Durchgang der Männer. Wir melden uns fünf Minuten vorher, dann fallen die Entscheidungen um die Medaillen. Das ist das Klassement nach den ersten 30. Der zweite Durchgang der Frauen dann um 13.15 Uhr, wenn hier alles pünktlich startet. Schauen Sie wieder rein. Ich freue mich auf den Livestream bei br24.de. Das ist das Klassement nach Rang 3 und 2. Das ist das Klassement nach Rang 3. Und ein halbes Jahr. Und wir freuen uns auf diesen, der hoffentlich zügig nach dem Riesenslalom der Herren dann stattfinden kann. Maria Bogner, Stadt Nummer 31, Kommissi-Partenkirchen auf der Strecke an Rang 9. Im Moment die Italienerin Vera Schurzenthaler, Paulina Schlosser auf 10, Marshal Kim auf 11, Sophia Waldauf auf 12, Petra Unterholzner auf 13, auf 14 haben wir Luisa Mangold und die Lea Klein auf 15. Das sind im Moment die Top 15 hier heute bei dieser Internationalen Deutschen Meisterschaft. Es geht weiter mit der Stadt Nummer 31, Maria Bogner vom SC Partenkirchen. Nadine Kapfer, Stadt Nummer 32, Holzgarmisch, auch auf der Strecke, auch eher eine Speed-Spezialistin, Maria Bogner mit einer 48,7. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier sieht man es nochmal, die tief hängenden Wolken. Der Slalom sollte eigentlich gar kein Problem sein, den kann man fast bei Wind und Wetter fahren. Aber der Riesenslalom der Männer, der jetzt im zweiten Durchgang ansteht, der wäre dann schon wichtig, dass wir den hinbekommen. Hier nochmal Impressionen des ersten Durchgangs, sowohl von den Frauen im Slalom, als auch von den Männern im Riesenslalom. Und der hat doch durchaus sehr interessante und zum Teil auch überraschende Ergebnisse gebracht. Der erste Durchgang bei den Frauen führt zum Beispiel eine Italienerin, Vivienne Insam, vor den schnellen Deutschen, die da in lauer Position sind, eine Heimmeisterschaft, deutsche Meisterschaft, da will man sich doch nicht von der internationalen Konkurrenz schlagen lassen. Bei den Männern, ja, da mischt zwar ein Amerikaner auch ganz vorne mit, das ist Patrick Kerny auf Rang 2, aber es führt ein Deutscher, Jonas Stockinger, der übrigens auch Dritter war bei der letzten Deutschen Meisterschaft im Riesenslalom, die hier stattgefunden hat. Nicht hier, sondern die letzten Titelkämpfe, die es gegeben hat im Riesenslalom, da war er nämlich auf dem Bronze-Rang, Jonas Stockinger. So, hier sehen wir oben die Startvorbereitungen im Riesenslalom, die Zündhölzer, die Sie da sehen, schön in der Drohnenkamera, das sind die Rennski, die Heiligtümer der Athleten, das sind ihre besten Ski, die Sie da oben in den Schnee gelegt haben. Erst kurz vor dem Start gehen Sie dann da rein in diese Rennski und dann wird Gas gegeben. Hier auf diesem wunderbaren Hang am Göttschen, das Trainingszentrum Freestyle eigentlich, des Umwimperstützpunkts Außenstelle Berchtesgaden, aber das wird auch fleißig genutzt von den Alpinen, die hier sehr, sehr viele Trainingskilometer abspulen. Und der zweite Durchgang, der ist natürlich auch genauso präpariert worden, wie schon im ersten Durchgang, mit Salz, denn die Temperaturen trotz der Schlechtwetterfront weiterhin leichte Plusgrade, viel Feuchtigkeit in der Piste, deswegen hat man das Salz aufgebracht vor einer Viertelstunde, halt ein bisschen gewartet, damit das anzieht. Und dann sollte es auf jeden Fall für die besten 30 eine ordentliche Piste geben, hart bleiben. Natürlich kommen da ein paar Schläge rein. Und genau wie im Weltcup wird auch bei der Deutschen Meisterschaft in der 30er-Regel gefahren, das heißt die besten 30, in gestürzter Reihenfolge. Der 30platzierte startet jetzt mit der Startnummer 1. Das ist ein Lette, Saxe-Gedra, mit der Startnummer 35, hat sich auf Rang 30 gefahren. Er wird diesen zweiten Durchgang eröffnen. Und der Bestzeithalter nach dem ersten Durchgang, Jonas Stockinger, kommt dann als 30. Es wird also spannend und in diesem Durchgang werden die Medaillen vergeben. Da geht es um Gold, Silber und Bronze. So, also Sie sehen es, das Statue hier vorne mit diesen zwei schwarzen Pads, die da liegen. Das sind keine iPads oder sowas, sondern das sind so kleine Gummimatten, wo die Athleten ihre Stöcke drauf tun können und dann über die Startschranke drüber gehen und starten können. Und da steht noch keiner drin. Das macht auch noch keiner, Anstalten in die Renski reinzugehen. Wir haben es mitbekommen. Also, die Startzeit ist jetzt auf 12.10 Uhr verlegt worden. Ein paar Minuten müssen wir uns also noch gedulden. Also, alle, die erst jetzt einschalten, in den Livestream auf br24sport.de. Ihr habt nichts verpasst. Gleich geht's los. Und Sie brauchen noch ein kleines bisschen, um die Piste dann auch wirklich rennfertig zu machen. Im ersten Durchgang gab es ja auch noch Zeitmessungsprobleme. Das sollte alles gelöst sein. Und man muss wirklich ein großes Kompliment an den ausrichtenden Vereinen machen und geben. Skiclub Starnberg, die haben diese Veranstaltung in einer schwierigen Zeit übernommen und haben das ganz toll gemacht, haben die Herausforderung angenommen. Der erste Vorsitzende, Helge von Hirschhausen, hat gesagt, wir machen das, wir ziehen das durch. Er hat sein ganzes Team um sich gescharrt. Und es ist wirklich erstaunlich. So viele Helfer haben sich noch nie für die Durchführung eines Rennens gemeldet. Über 80 Helfer sind hier am Hang vom SC Starnberg. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, nach der langen Corona-Zeit sind die alle happy, dass sie wieder rauskommen, dass sie eine Veranstaltung angehen können, dass es so etwas Ähnliches gibt wie Gemeinschaft. Und das trotzdem sicher mit Corona-Konzept. Also, es ist bewölkt. Die Wolke und der Regen, ja. Noch regnet es hier nicht, aber die Wolken hängen so tief. Temperatur plus 8 Grad. Ich glaube fast, dass es schon ein kleines bisschen weniger ist. Gefühlt ist es schon ein bisschen weniger. Und zwar, weil der Wind aufgekommen ist, wenn man so ein kleines bisschen schaut. Die Zielfahnen, die Torfahnen, die Flaggen, die sind ganz leicht aufgeblasen. Also es fängt an, so ein bisschen windig zu werden. Sie kennen die Situation zu Hause, wenn ein Sturm aufkommt, wenn schlecht Wetter aufkommt. So ein bisschen fühlt es sich gerade im Zielraum am Göttschen an. Im ersten Durchgang waren es sehr, sehr viele ehemalige Skifahrer, die auch mit mir zusammengefahren sind in unserem Livestream, haben mir Feedback gegeben, haben sich interessiert für diese Deutsche Meisterschaft. Markus Wasmeier hat zugeschaut, Hans-Jörg Tauscher hat zugeschaut, Martina Jertl-Renz hat zugeschaut. Es geht ja auch um was. Es geht hier um den Titel des Deutschen Meisters im Riesenslalom bei den Männern. Und es ist was wert, ich habe ihn selber auch viermal gewinnen können. Insgesamt sechs Deutsche Meistertitel habe ich geholt. Zwei im Super-G, vier im Riesenslalom, eine wunderbare Disziplin. Den zweiten Durchgang hat Stefan Schmidt ausgeflaggt. Der DSV-Trainer, Zwillingsbruder von Philipp Schmidt, dem ehemaligen Rennläufer. Im ersten Durchgang waren es 46 Tore, dürfte ungefähr die gleiche Toranzahl sein. So, und ganz schade, dass die Abfahrer, die hier auch mit an den Start gehen, die zum Teil mit hintersten Startnummern kämpfen mussten, weil sie halt im Riesenslalom keine guten Fistpunkte haben und deswegen mit zum Teil Nummern über 70 an den Start gehen mussten, dass sie es nicht geschafft haben unter die Top 30. Und das war wirklich ganz, ganz knapp. Mit der Startnummer 32, Simon Jocher, der hat es wirklich nur um ein paar Hundertstel nicht geschafft unter die Top 30. Dem haben zwei Zehntelsekunden gefehlt auf Platz 30. Romet Baumann mit Nummer 72 auf Platz 34 gefahren. Beppi Ferstl, der Kitzbühlsieger im Super-G, mit Nummer 77 auf Rang 35 gefahren. Also das wäre natürlich toll gewesen, wenn die hier im zweiten Durchgang mit guter Piste dann nochmal einen tollen zweiten Durchgang hätten hinlegen können. Aber ich finde es toll, dass sie angetreten sind. Ihr Teamkollege Dominik Schweiger, der kommt jetzt gleich mit der Startnummer 2. Der hat es geschafft. Der ist unter die Top 30 gefahren. Der hat übrigens schon in dieser Saison zwei goldene geholt, der Dominik Schweiger. Nämlich, er ist deutscher Meister in Abfahrt und Super-G. Und im Riesenslalom hat er auch schon mal den Meistertitel geholt. Hier sehen wir also die Startliste. Die ersten 30 umgekehrt eröffnet wird das Rennen von Sachs-Gedra, dem mit der Startnummer jetzt Jonas Stockinger. Er hat genau vor zehn Jahren den deutschen Meistertitel im Riesenslalom geholt. Und das sind die letzten zehn. Eröffnet von Bastian Meisen und Jonas Stockinger mit der Startnummer 30. Der führt hier nach dem ersten Durchgang. Und bei den Top 10, da wird es dann richtig spannend. Da geht es dann um Gold, Silber und Bronze. Das ist der Blick auf diesen Hang. Der ist nicht schwer, der ist eher so mittelflach, würde ich mal sagen. Wunderbar, um auch für den Nachwuchs gute Chancen zu geben. Da sind keine Fallen drin, keine schwierigen Übergänge. Klar, da oben diese kleine Kante. Im ersten Durchgang war da ein langer Schwung drüber. Da muss man dann den Rhythmuswechsel vollziehen. Ja, und es wird langsam feuchtkalt. Das zieht so ein bisschen in die Skischuhe von unten nach oben. Es sind noch Plusgrade, aber der Wind, der noch dazukommt, das wird langsam ungemütlich am Göttschen. Deswegen lasst Sie Jungs fahren in Ihrem dünnen Rennanzug. Da ist nicht viel drunter. Kleiner Rückenprotektor und Funktionsunterwäsche. Mehr haben die Athleten da nicht drunter. Das muss ja aerodynamisch sein. So, das ist der Blick auf diesen Hang. Die Lauflänge war im ersten Durchgang eine knappe Minute. Das ist so die Standardzeit hier runter am Göttschen bei den letzten Fissrennen. Es gab hier zwei Fissrennen für die Männer am Dienstag und am Donnerstag. Da durften sich die Nachwuchsathleten den Hang quasi schon mal anschauen und so ein bisschen unter Wettkampfbedingungen testen. Die Frauen sind auch am Donnerstag gefahren. Da gab es sogar zwei Athletinnen, die zeitgleich gewonnen haben. Und auf Platz drei war Kira Weidle. Die WM-Silber-Beneignen-Gewinnerin in der Abfahrt, die wird dann morgen auch im Riesenslalom der Frauen an den Start gehen. So, und da sind wir unten im Zielraum. Da sind die Athleten, die sich warm machen, die noch nicht gleich dran sind, sondern die noch ein kleines bisschen Zeit haben. Ja, und die großen Favoriten, die wir eigentlich ganz vorne erwartet hätten, die liegen in lauer Position. Alexander Schmid, der wirklich an einer WM-Medaille geschnuppert hat mit seinen tollen eineinhalb Läufen in Cortina. Ja, da war er voll dabei. Da lag er nur eine Hundertstel bei der Zwischenzeit hinter Mathieu Févre, dem späteren Weltmeister. Der liegt auf Rang drei. Und während wir hier schon den ersten Vorläufer sehen und wir ihm die Daumen drücken, dass er besser als im ersten Durchgang auf Heil ins Ziel kommt und nicht stürzt, sage ich Ihnen noch, dass Stefan Luiz auf Rang fünf liegt. Also die beiden werden im zweiten Durchgang voll angreifen. Und wenn ich mir den Vorläufer anschaue, dann kommt mir vor, dass der Lauf ein bisschen flüssiger gesetzt ist. Nicht ganz so weit aus der Richtung gesetzt. Da hat der Stefan Schmid den Athleten das Leben heute im zweiten Durchgang nicht noch zusätzlich schwer gemacht. Einer der Vorläufer ist übrigens der Bruder von Pauline Fischer vom SC Starnberg, die bei den Frauen im Slalom am Start ist. Also jeder dieses Skiclubs hat hier irgendwo eine Aufgabe als Helfer, als Zeitnehmer oder als Vorläufer. Herrlich, diese Drohnenaufnahmen. Das macht doch richtig Spaß. Da würde ich so gerne auch selber runterfahren. Also oben geht es schön rhythmisch weg. Dann über diesen kleinen Übergang geht es ein bisschen mehr geradeaus. Dann kommt hier dieses mini steilere Stück, wo es nicht ganz so dreht wie im ersten Durchgang, aber trotzdem ein bisschen hin und her geht. Also ein bisschen Radius ist drin. Und die letzten Tore, die sind dann fast offen ins Ziel. So, und wenn ich rausschaue auf die Fahnen, also der Wind, der wird immer stärker. Unten die Tore wackeln auch schon ein kleines bisschen. Und in diesem zweiten Durchgang ist auch Linus Strasser mit dabei. Der ist Elfter nach dem ersten Durchgang. Tja, und die Vorläufer, die haben heute irgendwie keinen guten Tag, gell? Vorläufer B. Zweiter Versuch. Drücken wir ihm die Daumen, dass er jetzt durchkommt. Ein langer Schwung hier. Also ein Schwung, in dem man zwei Tore durchfährt. Und so wie die Trainer immer gesagt haben, einfach rot-blau, rot-blau. Der Dauerweg ist zum Glück rausgeblieben. Und wir freuen uns natürlich jetzt gleich auf die Startbeigabe an den Taktgebra. 30.11 Durchgang, Dominik Schweiger hinter, Max Porten, Starter Nummer 3, im zweiten Durchgang. Hoha, ich glaube, der musste sich jetzt ein bisschen rechtfertigen unten im Ziel, was er da oben gemacht hat. Ist nicht so schlimm als Vorläufer. Da soll man einfach nur eine Spur legen. Die ist einfach in der Mitte mal in die falsche Richtung abgebogen. Und unten passt die Spur dann wieder. So, jetzt freuen wir uns auf diesen zweiten Durchgang im Riesenslalom der Männer. Der wird jetzt gleich eröffnet. Von einem lettischen Läufer. Ich habe es im ersten Durchgang schon mal gesagt, es ist sogar ein Brasilianer am Start gewesen. So viele internationale Läufer aus der Türkei. Zwei Koreanerinnen haben wir gesehen im ersten Durchgang. Bei den Frauen, die sogar Olympia-Erfahrung haben bei den Heimspielen, bei Olympia dabei gewesen sind. Es sind Niederländer am Start gewesen. Belgier, Dänen, Briten und natürlich auch Österreicher und Italiener. So, und dieser Vorläufer, der testet den Lauf schon mal ein kleines bisschen ernsthafter. Und ich hoffe, danach geht es dann los mit den Top 30 in umgekehrter Reihenfolge. Gehört man das wieder zu nutzen. Geht's da hin? Ja, starten wir mal. 35 im zweiten hat der Josef Erste und Romic Bauer mit 34. Jetzt schauen wir, ob die in die 30 reinfahren. Auch das würde ich mal gucken jetzt hier. Die waren ein Luftflug unterwegs mit ihren Startnummern. Klasse, was sie hier geleistet haben. Und der erste Starter steht im Start. So, ich hoffe, dass das jetzt wirklich zacks, gedra ist. Der Lette, der jetzt oben gestartet ist. Ja, und das sieht aus wie ein Athlet, der hier um den deutschen Meistertitel fahren möchte. Also hier ein kleiner Rhythmuswechsel vor der Einfahrt ins Flachstück. Hier ist es dann einigermaßen flach. Da geht er auch in Hocke. Über diese kleine Kante drüber. So, und ab hier ist ein bisschen weniger Radius drin als im ersten Durchgang. Da kann man ein bisschen mehr Gas geben. Den langen Schwung fährt er in Hocke. Und dann geht es auf die letzten Meter. Kleiner Absatz hier noch vor dem Ziel. Und dann hat er es geschafft. 2.01.83. Im ersten Durchgang ist er 1.01.11 gefahren. Also ähnliche Laufzeit wie im ersten Durchgang. Und unterwegs ist schon Dominik Schweiger. Schwogo. Ich habe es schon gesagt. Vor zehn Jahren ist er deutscher Riesentlalom-Meister geworden als junger Nachwuchsfahrer. Im Parallelriesentlalom in Alta Badia. Da war er vor ein paar Jahren sogar drauf und dran aufs Siegerpodest zu fahren. Da war er Vierter. Und jetzt ist er so ein richtig wilder Abfahrer. Und übernimmt natürlich jetzt mit einem tollen zweiten Durchgang die Führung. So, was ist das wert? Wie lange hält diese Bestzeit? Max Wotten, der Brite. Die greifen jetzt auch im Riesenslalom an. Sein großes Vorbild natürlich Dane Fryding, der tolle Slalomfahrer von der Insel. Und Billy Major, der in den Europacup Slalom in der Gesamtwertung gewonnen hat. Und Max Wotten, immerhin drei Zehntel dran namen Schwogo hier hinter ihm. Das heißt, der ist einen richtig guten zweiten Durchgang gefahren, der Brite. Lucas Gasser. 19 Jahre junger Österreicher. Für den wäre es natürlich ein tolles Erlebnis, wenn der mal an einen Weltcup-Fahrer wie den Dominik Schweiger rankommen würde. und ist nur um 25 hundert langsamer als Dominik Schweiger. Mix Zwenix. Der nächste, Lette, der da mit dabei ist. Der Teamkollege hat den zweiten Durchgang eröffnet, liegt im Moment auf Rang 4, also am Ende des Klassements. Uh, da war er sehr direkt dran. In den letzten Toren hat er alles riskiert. Und es hat nichts genützt, aber immerhin seinen Teamkollegen hat er auf Distanz halten können. schon ein eingeblendet Samuel Molling, der hier gerade ins Bild reinfährt, kurz verkantet. 22 Jahre junger Italiener. Uh, da ist der Torrichter gerade noch rausgekommen. Boah, das war jetzt echt eine schwierige Situation. Schauen Sie, wie nah der an die Stangen gefahren ist. Hier hat er Schulter, seine Polster sind komplett aufgerissen. Also das ist ein wilder Hund, der Samuel Molling. Und unterwegs schon der Maxi Schwarz, Teenager vom Peißenberg. Aber irgendwie kommen wir vor, der schwingt da sehr weit aus und verliert. Toller zweiter Durchgang also von Dominik Schweiger. Da hat der Eindruck nicht getrügt. Der 29-jährige Abfahrtsspezialist, der hat es noch mal gezeigt. Der hat es noch mal drauf im Riesenslalom. Wie lange kann er an der Spitze bleiben? Thomas Dorner, der Österreicher, der Vorarlberger, drei Weltcup-Einsätze hat der schon. Also der hat schon mal Weltcup-Luft geschnuppert. Drückt er auch die Hüfte an den Hang. Und auch er kommt an Dominik Schweiger nicht heran. Also, dem Schwogo ist da wirklich ein super zweiter Durchgang gelungen. Vater Eder-Michael, genannt Muck mit Spitznamen. Der war ja auch WM- und Olympia-Teilnehmer in den 80er-Jahren. Der ist mit mir noch Skirending gefahren. Und der Dominik Schweiger, der im Moment führt. Der hat sich den deutschen Meistertitel sowohl in der Abfahrt als auch in Super-G in Garmisch-Partenkirchen nach der Weltmeisterschaft geholt. Genau wie Kira Weidle. Also das männliche Pendant zu Kira Weidle. Und der Tscheche ist unterwegs. Ondrej Surkos, 21 Jahre jung. Auch er nützt die deutsche Meisterschaft, um Fisspunkte zu machen und sich in der Weltangliste nach vorne zu arbeiten. So, jetzt ist er in diesem steileren Teil drin. Hier sehen wir ihn jetzt wieder in der Nahaufnahme. Na ja, man merkt schon, dass die Piste ganz leichte Spuren drin hat. Die Sicht wird schlechter als im ersten Durchgang. Versucht raus zu beschleunigen, ins Flachstück, in dem er in Hocke gegangen ist. Jetzt muss er wieder aufmachen. Guter Lauf von Ondrej Surkos. Gefällt mir gut. Und das reicht! Das reicht um 17 Hundertstel um Dominik Schweiger die Führung abzuluchsen und Dominik Schweiger der Einzige, bisher im zweiten Durchgang, der eine Laufzeit unter eine Minute gefahren ist. Also immer noch immerhin mit der Laufbestzeit. Jetzt aber Lukas Wasmeier, der Sohn von Markus Wasmeier, der uns auch im ersten Durchgang zugeschaut hat. Der Doppel-Olympiasieger von Lillehammer 94 und der Lukas, der fährt mit. 45 Hundertstel fehlen ihm da auf den führenden Tschechen, aber der hat sich gut geschlagen, der Lukas Wasmeier, sein erstes Rennen in dieser Saison. Er ist schon halb auf dem Weg vom Rennläufer zum Trainer. Moritz Opetnik, also im Moment geht es eben 40 Sekunden Startabstand, relativ Schlag auf Schlag, aber die besten 15, keine Angst, die zelebrieren wir dann. Und im Moment übernimmt Moritz Opetnik die Führung. Also jetzt ein Österreicher vor einem Tschechen und Dominik Schweiger auf Rang 3. So, Reingriff der Österreicher, Julian Schütter. Noch eher ein 22-jähriger Nachwuchsfahrer. Der gefällt mir hier recht gut. Der schleicht hier durch die Tore. Boah, das muss ja ein super Lauf gewesen sein. Schade, dass wir wirklich nur den unteren Teil gesehen haben. Weil im unteren Teil hat er sehr gut ausgesehen. Und genauso muss er auch im oberen Teil gefahren sein. Julian Schütter. So, sein Landsmann greift seine Bestzeit an. Joshua Sturm, der Tiroler aus St. Leonhard. Der Bronzemedaillengewinner im Slalom bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Schafft es nicht ganz, an die Bestzeit eines Landsmanns ranzukommen, aber immerhin Rang 2. Also jetzt österreichische Dreifachführung. Der nächste Österreicher ist unterwegs. Armin Dornauer aus Mayerhofen. Europacup-Mannschaft. Auch eher schon in den letzten Toren. Also die Österreicher geben im zweiten Durchgang richtig Gas. Jetzt ist er auf Rang 2. Österreichische Vierfachführung. Aber nach den Österreichern, nach diesem Österreicher-Block kommen jetzt wieder ein paar Deutsche. Und jetzt kommen ein paar Weltcup-Fahrer nacheinander. Fabio Himmelsbach in dieser Saison sechs Weltcup-Slaloms gefahren. Ja, er versucht es, indem er viel in Hockey geht, aber das Timing passt nicht ganz und es reicht nicht ganz für die Führung. Er reiht sich ganz knapp hinter Julian Schütter ein. Der nächste ist schon eingeblendet. Sebastian Holzmann, der Allgäuer. Auch so ein Slalom-Spezialist. In dieser Saison fünfmal Weltcup-Punkte geholt. Immer mit 40 genommen. Darum gekämpft, dass er da in den und in die Top 30 kommt mit der Startnummer als nicht ganz geschafft. Oh, da verliert er hin und wieder den Außen-Ski. Also der läuft ihm da so ein bisschen weg. Vor allen Dingen bei den Link-Schwüngen ist es nicht sauber gefahren von ihm. Dann legt er sich zu früh nach innen. Ja klar, die Riesen-Slalom-Ski sind natürlich länger, haben einen weiteren Radius als die Slalom-Ski. Der ist natürlich gewöhnt, dass der da drauf geht. Zack, zack und dann dreht der Ski. Schade. Zweiter Durchgang war nicht ganz so gut. Julian Rauchfuß, der hat eine ganz tolle Saison gefahren, die ersten Weltcup-Punkte geholt in diesem Winter. Zuerst beim Parallel-Riesen-Slalom mit Lech. Danach nochmal was ist da mit Flachau? Da sind schon ganz schön gestiegen, haben Sie gesehen? Gerade auch so viel. stand er im Team, hat die Medaille abgegriffen und ist jetzt ein bisschen zu spät dran. Knallt immer auf die Stange drauf und dann hat es sich angekündigt. Linus Strasser ist draußen. Drei Tore zuvor ist er zu direkt geworden, dann immer später und zum Schluss ist er im Schnee gelegen, Linus Strasser. Schade. Er ist der Titelverteidiger im Slalom. Morgen also Deutsche Meisterschaft im Slalom und da war es dann einfach zu viel. Hat das nächste Tor nicht mehr erwischt. Linus Strasser. So, der Titelverteidiger im Riesenslalom. Bastian Meisen. Der Typ ist 1,98 groß. Bringt fast 100 Kilo auf die Waage. Der pfeift jetzt davor im Flachstück. Der greift jetzt richtig an. Ah, hart gekantet. Hat man über die Außenmikrofone gehört. Bei dem kleinen Übergang. Auch hier ein bisschen hinten reingedrückt worden. Nicht sauber gefahren hier in dieser Passage. Aber der war hier im Europacup in dieser Saison schon auf Rang 3. Bastian Meisen. Und es reicht um zwei Zehntelsekunden nicht. Rang 2 für Bastian Meisen beim Übergang. Da hat er die entscheidenden Hundertstelsekunden verloren. Rang 4 Simon Luca Wolf einer der Junioren WM Teilnehmer und hat da die undankbarste Medaille geholt. Nämlich die Holzmedaille. Rang 4 dem haben nur 38 Hundertstel gefehlt zur Bronze Kaspar Kindem der Norweger der hat die Bronze weggeschnappt. Simon Luca Wolf von der Körpersprache her ist ja voll auf Angriff. Aber er geht nicht in Hocke. In dieser Passage sind die anderen zum Teil in Hocke gegangen. Jetzt erst am vorletzten Tor und fällt deshalb auf Rang 9 zurück. Simon Luca Wolf schade für ihn Mensch. Alles gegeben und trotzdem zurückgefallen. So, Brian McLaughlin der erfahrene Amerikaner 27 Jahre alt der bringt auch schon Weltcup-Erfahrung mit auch wenn er noch nie Weltcup-Punkte geholt hat. Es sind auch einige Amerikaner dabei übrigens der ehemalige Weltcup-Fahrer Tim Jitloff mittlerweile in Diensten des Deutschen Skiverbandes als Nachwuchstrainer leistet da hervorragende Arbeit hat eine Bayerin geheiratet lebt jetzt in Bayern und trainiert den deutschen Skienabwuchs. Bisschen weit geworden jetzt in dieser Passage jetzt lässt es sich auch hinten reindrücken. Brian McLaughlin ja, aber hier unten beschleunigt das sehr gut raus das könnte jetzt eng werden und es reicht für den Amerikaner 1700 noch mal schneller als Alex Scott also ein Amerikaner vor allem ihre und dann Bastian Meisen auf Rang 3 so, jetzt bin ich gespannt auf die deutsche Antwort die restlichen Athleten sind jetzt nur noch Deutsche und ein US-Athlet nämlich Pat Kenny auf Rang 3 jetzt geht es langsam um Gold, Silber und Bronze Anton Grimmel mit der Startnummer 1 den ersten Durchgang eröffnet 5 Platzierter nach dem ersten Durchgang Riesenslalom Spezialist vom SC Cresbronn am Bodensee so hier diesen kleinen Rhythmus wechseln den hat er ganz gut gefahren jetzt wird er aber unsauber der Außenski wird ein bisschen unruhig langer Schwung geht früh in Hocke 3,4 Tore ist er da voll in Hocke durchgefahren auch hier versucht er es wieder ja aber kriegt nicht ganz so viel Zug auf den Ski wie McLaughlin zuvor und fällt weit zurück wer kann es nicht glauben Brian McLaughlin der hat die richtige Mischung aus Angriff und weichem Fahnen rausbekommen Frederic Norris genannt Chuck Norris natürlich bei dem Namen da sind die Teamkollegen gnadenlos so und jetzt rein in diesen kleinen steileren Absatz streckt die Arme relativ weit weg da hat er jetzt alles riskiert also da da war er schon fast auf der Strasserlinie unterwegs hat es aber noch voll durchgezogen und auch er geht früh in Hocke hat jetzt viel Zug in dieser Passage super Lauf gefällt mir wirklich gut Frederic Norris boah eine Sekunde schneller als der Rest der Welt würde ich fast sagen das war ein toller Zweiter Durchgang grinsend bis über beide Ohren na jetzt bin mal gespannt was diese Zeit wert war Anton Tremmel eigentlich ein Slalom Spezialist und der fährt hier in dieser Passage so schnell umgelegt wie fast schon im Slalom und der hat sich alle überrascht vorgestern hat er den Fist Riesenslalom hier gewonnen in dieser Saison hat er noch nicht auf die Riesenslalom Ski angehabt aber der surft hier rein bei dieser Steilhang und dann war es vorbei so schade so schade ja da klappen halt die Automatismen doch noch nicht ganz so wenn man dauernd Stangen boxt und eher ein Slalom Spezialist ist aber bis zur Einfall dieses kleinen Übergangs da ist er super gefahren das soll er mitnehmen und morgen im Slalom angreifen hier sehen wir es nochmal surft hier rein legt sich nach innen war bitte direkt dran und die Hüfte von Anton Dremmel hat den Schnee geküsst jetzt Stefan Lutz jetzt kommt der Angriff der deutschen Weltcup Asse Stefan Lutz der hat schon mal den Weltcup Riesen gewonnen in Beaver Creek 2019 war das auf fast 3000 Metern Höhe ganz locker und befreit wirkt er mir da nicht auch hier ganz leichter Außenski weg gewesen ein bisschen Materialprobleme gehabt in diesem Winter der braucht einfach das Selbstvertrauen ansonsten hätte der eigentlich von Haus aus einen der schnellsten Schwünge im ganzen Ski Weltcup wenn der mal so richtig das Selbstvertrauen hat jetzt bin ich mal gespannt ob das reicht für die Bestzeiten nein nein sieben Zehntel geschlagen und Friedrich Norris ich glaube der Friedrich wird sich diesen Lauf im zweiten Durchgang einrahmen schneller zu sein als der große Stefan Lutz und jetzt Alexander Schmid die Topografie dieses Hanges liegt ihm eigentlich nicht für den sollte es viel steiler viel eisiger und viel engere Startabstände sein oder Torabstände sein und man merkt so ein bisschen am Ende der Saison da ist ein bisschen die Luft raus hier ein bisschen über das Tor drüber gefallen gestern den Titel geholt im Team Allgäu den deutschen Meistertitel Team Event auch wenn er da nicht jeden Lauf gewonnen hat ich glaube nicht dass das reicht für die Bestzeit Rang 2 Fredrik Norris hat auf jeden Fall in der nationalen Wertung Silber und hat beide Weltcup Fahrer geschlagen so jetzt Patrick Canary der US Amerikaner der vor allen Dingen über die Studentenserie nach vorne gekommen ist schon erwähnt heute Vormittag im ersten Durchgang entweder du fährst Noram Cup das ist das Pendant zum Europa Cup oder du kommst über die Studentenserie beide Wege sind in den USA möglich für ihn über die University Serie der hat halt noch den Vorteil dass er sich noch ein Studium daneben her durch die Skifacherei verdienen kann die Universitäten verlangen ja zehntausende von Dollar an Gebühren das ist anders als in Europa aber irgendwie fährt er viel zu hart und setzt den Ski so hart irgendwie kommt es mir nicht gut vor und er fällt weit zurück eineinhalb Sekunden Rang 8 damit ist es klar dass auf jeden Fall ein deutscher auch die internationale deutsche meisterschaft gewinnt aber jonas stockinger oder der junge frederick norris die beiden nachwuchstalente fahren hier um gold jonas stockinger aus dem bayerwald er ähnelt alois vogel meine ehemaligen mannschaftskollegen der einen Weltcup gewinnen konnte im slalom das war aber auch ein begnadeter riesen slalom fahrer toller typ riesen slalom besser als slalom unterwegs ander erzler hat mir nochmal ihn auch ganz speziell ans herz gelegt und sein tipp ist absolut aufgegangen tolles finish jetzt von jonas stockinger fährt gut es wird ganz ganz eng norris oder stockinger silber für jonas stockinger und jack norris gewinnt die deutsche meisterschaft also hollywood hier am götschen weiter geht es jetzt mit dem 31 platzierten aber die entscheidung ist gefallen um den titel des deutschen meisters frederick norris gewinnt die deutsche meisterschaft vor jonas stockinger bronze immerhin holt alexander schmid vierter stefan luiz das ist wirklich auch sinn der sache dass die jungen athleten hier gute fiss punkte machen und das haben sie heute auf jeden fall getan das ergebnis war wichtig für frederick norris und simon jocher den lassen wir noch runterfahren den jungen schongauer der für den sc gamisch fährt der sich so toll präsentiert hat bei der weltmeisterschaft und fünfter in der kombination geworden ist ein großes talent im speed bereich für den deutschen skiverband für ihn heute einfach nur wichtig runter zu kommen und gute punkte auch im riesen slalom zu fahren und mit seinem lauf verabschiede ich mich dann in diesem zweiten durchgang und er gibt diesen lauf aus also um 13.15 Uhr zweiter durchgang der frauen da sind wir dann wieder dabei gold holt frederick norris vor jonas stockinger alexander schmid bei den männern bronze im riesen slalom das sind die medaillen tobias barnas soll beim mikrofon seien sie gleich wieder mit dabei um viertel nach eins die atmosphäre hier getaubt dass ein stadionsprecher gehört und da die atmosphäre hier getaubt dass ein stadionsprecher gehört und da unterwegs ja das ist auf jeden fall das ist schon cool aufzogen bis das ist dann nochmal ein anderes event sein wenn man ein bisschen was geboten ist vielen dank und nicht zu lange feiern morgens slalom muss ich mir glaube ich nicht sagen alles gut audio das ist ja Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ...... ......... ......... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ............ So, jetzt schauen wir mal in diesen Startbereich, ob sich da ein bisschen Dynamik ergibt, dass es dann langsam auch losgehen kann. Den zweiten Durchgang hat der DSV-Trainer Christoph Hartzl gesteckt. Im ersten Durchgang waren es 58 Tore mit 56 Richtungsänderungen, ungefähr die gleiche Torenzahl ist es auch im zweiten Durchgang. Laufzeit war deutlich unter 50 Sekunden. Das Gelände ist wirklich dankbar, das muss man sagen. Das ist nirgends steil, das ist nirgends schwierig, das sind keine hängenden Passagen oder Eisplatten oder sonst irgendwas, sondern das ist ein relativ gleichmäßiger Hang. Da kann man so richtig Gas geben. Der zweite Durchgang wird eröffnet von zwei Österreicherinnen Schulhofer und Exenberger, dann eine Koreanerin, zwei Koreanerinnen sind sogar unter den Top 30, dazu dann später mehr. Und die Top 10 gehen los mit Vera Turchenthaler und werden abgeschlossen mit Vivian Insam und dazwischen fast nur deutsche Athletinnen. Das ist das Feld, das hier um den Sieg fährt, die Top 30 in umgekehrter Reihenfolge. Danach geht das Rennen übrigens weiter. Also nicht wie im Weltcup, wo die letzte Läuferin die Bestzeithalterin des ersten Durchgangs ist und dann ist alles vorbei, dann gibt es nur noch Siegerehrungen und Siegeinterviews. Nein, nein, jede Läuferin, die im ersten Durchgang im Ziel war, die kann auch im zweiten Durchgang antreten. Denn jede Läuferin, die das korrekt passiert, die bekommt natürlich auch FIS-Punkte. Und das Berechnungssystem, das funktioniert nur, wenn Sie auch beide Läufer im Ziel angekommen sind. So, der Starter, Corona-gerecht mit Maske und Bommelmütze, ist bereit. Ja, und jetzt die Vorläufer, die zelebrieren wir, die haben wir schon in den ersten drei Läufen zelebriert, die wollen wir jetzt natürlich auch im zweiten Durchgang Slalom zelebrieren. Die haben hier einen ganz taffen Job. Die müssen hier eine Spur legen. Drücken wir Ihnen die Daumen, dass es jetzt im Slalom gut funktioniert. Bis jetzt in allen Läufen hatte irgendeiner der Vorläufer ein bisschen Probleme und ist nicht regelgerecht ins Ziel gekommen. Ist ja auch gar nicht so leicht, hier Vorläufer zu finden, denn fast alle Nachwuchstalente, die wollen ja bei so einer deutschen Meisterschaft selber mitfahren, ist ja nicht nur Sinn der Sache, hier die Meister zu ermitteln, sondern eben auch dem Nachwuchs eine Chance zu geben, eine Bühne sich zu zeigen. Und wer Vorläufer ist, der kann nicht in die Wertung kommen, der kann keine Punkte sammeln. Also das sind entweder ganz junge Fahrer oder eben Athleten, die aus irgendeinem anderen Grund nicht bei der deutschen Meisterschaft dabei sein können. Aber schauen Sie sich das an, wie die sich konzentrieren, die Vorläufer. Die gehen auch im Geiste diesen Lauf durch. Die müssen sich genau so vorbereiten wie jeder Rennläufer. Und, Sie werden es gleich sehen, die Startstange muss normalerweise auch zugemacht werden. Also auch ein Funktionscheck, ob die Zeitanlage funktioniert. So, der Startrichter schaut schon mal auf die Uhr. Das ist eigentlich normalerweise ein gutes Zeichen, genau wie beim Schiedsrichter. Dann kann es endlich losgehen. Der erste Vorläufer ist auf dem Kurs. Jetzt schauen wir uns den Lauf mal an. Also oben geht es einigermaßen flach weg. Offene Tore. Erste Zweiervertikale. Und dann schön Rhythmus, hier sieht man es gut, wie eine Gasse runtergesteckt. Keine Falle drin. Einfach wunderbar im Rhythmus. Zack, zack, schnelle Zweiervertikale. Da werden die Torabstände ein kleines bisschen enger. Dann hier eine Dreiervertikale. Das sind drei Tore in der Vertikalen nach unten gesteckt. So, langer Schwung in eine kleine Querpassage. Dann hier noch mal eine Vertikale. Kurz bevor noch so ein ganz kleiner Schnapper kommt. Die letzten drei Tore sind noch ein bisschen steiler und dann hat man es geschafft. Also ich glaube, dass dieser zweite Durchgang keine großen Fallen beinhaltet, sondern auch wieder sehr fair gesteckt ist. Selten, dass Vorläufer so prominent in Szene gesetzt werden, muss man wirklich sagen. Beim Skivale Cup, da sind oft auch absolute Weltklasseathleten dabei, die vielleicht nach einer Verletzung kommen und zurückkommen und sich zurückkämpfen und das gerne auch mal nutzen als Vorläufer bei einem Weltcup-Rennen schon wieder so in diesen Rennrhythmus reinzukommen. Aber die sieht man dann nicht in der Live-Übertragung. Da werden dann immer noch Interviews geführt oder Vorbereitungen am Start gezeigt. Aber die müssen trotzdem beim Weltcup runter und nutzen das dann manchmal, um zu testen, ob die Verletzung auch schon so gut ausgeheilt ist, ob die Form schon wieder passt. Heute sehen wir die Vorläufer mal. Heute sind sie groß im Bild. Auch mal schön zu sehen, denn auch wichtig, dass eine Spur gelegt wird, bevor es dann richtig losgehen kann, bevor dann die Scheinwerfer auf die Athletinnen und Athleten gerichtet sind. So, Vorläufer D ist unterwegs und danach wird es ernst und dann geht es auch hier sehr engagiert an. Und ich kriege gerade den Tipp, eine Insider-Information. Das ist der Sohn des Skiclub-Vorsitzenden SC Starnberg von Helge von Hirschhausen. Ja, da kann man ihm sagen, der kann echt stolz sein auf seinen Sohn, weil der macht das richtig sportlich. Auch wenn er da oben eine kleine Kombination so gefahren ist, dass er da eigentlich nicht regelrecht durchgefahren ist. Und es ist doch nett. Es ist doch wunderbar bei einer deutschen Meisterschaft Vorläufer machen. Das ist doch gut. So, und nach ihm geht es dann los. Das Rennen beginnt mit einer Österreicherin, Meirin Schulhofer. Also zwei Österreicherinnen eröffnen jetzt diesen zweiten Durchgang. Jetzt zählt es, jetzt geht es um Punkte. 19 Jahre jung, Nachwuchstalent aus Österreich. So, jetzt ist sie schon im unteren Teil. Ganz wichtig hier das Tempo mitzunehmen. langer Schwung. Letzter kleiner Absatz. 1,36,92. Die Österreicherin legt hier die erste Richtzeit. Unterwegs schon Elena Eksenberger. Die österreichische Kollegin ist ein Jahr älter. Die ist schon in der Oberkampfmannschaft des österreichischen Skifahrbandes. Schmale Skiführung. Viel schmäler als Schulhofer zuvor. Steht doch aufrechter auf dem Ski. Und ist am Ende zwei Zettel schneller als ihre Landsfrau. Jetzt kommt ein junges deutsches Nachwuchstalent. Elina Lipp. 18 Jahre jung. So, die streckt die Arme immer ganz weit nach oben, um die Stangen wegzuboxen. Die will sie ein bisschen auf Distanz halten. Hockt auch ein bisschen hinten ab. Und sammelt Erfahrungen bei einer deutschen Meisterschaft. Und genießt das Ganze. Genießt diese deutsche Meisterschaft. So, als nächstes eine sehr interessante Läuferin. Sohui Kim aus Südkorea. Die sind übrigens zu zweit unterwegs. Sie hat noch eine Teamkollegin dabei, die ziemlich ähnliches Programm fahren, die dieses Jahr auch beim Weltkabin Jasna mit dabei waren. Die auch schon Olympia-Erfahrung haben, aber eben nicht ganz die Klasse, um da vorne mitzufahren. Haben ganz gute FIS-Punkte. Deswegen zum Teil gar keine schlechten Startnummern. Also hier in der ersten Startgruppe, also in den Top 15 gestartet. Kann diese Startposition natürlich jetzt nicht halten. Lisa Maria Leuppertsberger, die im Slalom unterwegs ist. Viel besser natürlich im Riesenslalom. Ist eigentlich eine Riesenslalomfahrerin. Aber ist ja auch wichtig, eine zweite Disziplin zu haben. Und da Punkte zu machen. Vom WSV München. Also Großstadtkind. So, und die legt jetzt mal eine Richtzeit. Die ist jetzt mal vor den beiden Österreicherinnen in Führung. Morgen brauche ich ihr zu, dass sie absolut über meine Medaille mitfahren kann. Noah Block, die Niederländerin. Pfeift da oben in die Kameraeinstellung rein. Jawohl. Sieht gut aus. Schöner Rhythmus, den sie da hat. Größer gewachsen als Leuppertsberger. Ja, jetzt darf sie nur nicht nachlassen auf den letzten Metern und das Verwalten, was sie da gewahren ist. Und fällt hinter Leuppertsberger zurück. Ja. Also im Mittelteil gut im Rhythmus gewiesen. Unten raus dann so ein bisschen, möchte ich sagen eingeschlafen, aber ein bisschen zurückgezogen. Katharina Huber aus Deutschland. Ja, die erfahrenen Weltcup-Zuschauer wissen, da gibt's doch eine Katharina Huber aus Österreich. Ganz genau. Das ist unsere deutsche Katharina Huber. 18 Jahre jung. Oh nein! Viertletztes Tor bleibt sie fast stehen. Oh, ist das schade. Drei Tore vorher, wenn die Ziellinie da gewesen wäre, dann wäre die um die Bestzeit mitgefahren. Das ist schade. Da fährst du 48 Tore, super. Und beim drittletzten Tor, musst du einmal querstellen, zweimal querstellen und komplett abschwingen. Schön, dass wir die Zeitlupe mal sehen konnten und den Fehler herausarbeiten konnten. Denn die Georgierin Ziclavri, die fällt zurück. So, die nächste Deutsche ist schon unterwegs. Sofia Zitzmann vom SC Geisach. Eine lange Wettkampfpause machen müssen in diesem Winter. So, schauen wir aber hier auf die letzten Tore. Da ist diese Dreier-Vertikale, wo man dann mal schnell reagieren muss. Und dann drehen die letzten drei Tore noch ein kleines bisschen. Hat sie gut gemacht. Rang drei. Für die Bestzeit reicht's nicht ganz. Lisa Maria Leupert-Sperger, die Weltcup-Fahrerin, bleibt in Führung. Nadine Kapfer, eigentlich eine Speed-Spezialistin, war bei der Junioren-Weltmeisterschaft mit dabei. Im Super-G-Rang zehn. Aber, das steht auf dem Papier, was man zum Teil nicht weiß, bis zur letzten Zwischenzeit ist sie um die Medaille mitgefahren. Und bei der Deutschen Meisterschaft, nach der WM in Cortina, war sie vierte in der Abfahrt und dritte in der Kombination. Und hätte fast die Bestzeit hier von Leupitzberger geknackt. reiht sich ganz knapp hinter ihr ein. Und das ist die zweite Koreanerin. Jung Seo Kang, auch sie mit Olympia-Erfahrung, auch sie mit Weltcup-Erfahrung. Die reisen da zu zweit. Von einer Skistation zur anderen nehmen ein und das andere fies Rennen mit. Gar nicht so einfach von Korea aus. In Corona-Zeiten das alles zu organisieren mit den Corona-Tests. Also da ziehe ich wirklich den Hut, dass die das auf sich genommen haben. Oh, auch sie mit Schwierigkeiten kurz vor der Ziellinie. Und sie kann die beiden führenden deutschen Athletinnen, Leupitzberger und Kapfer, nicht gefährden. Luisa Klapproth vom WSV Samerberg. 19 Jahre jung. Dritte bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im Slalom am Oberjoch. Vor einer Woche war sie die zweite am Jänner bei einem Fischslalom hinter Pauline Fischer. Also die ist ganz gut in Form und die knackt die Zeit von Nadine Kapfer, aber nicht von Lisa Maria Leupitzberger. Also die ersten drei Athletinnen nur durch 11 Hundertstel getrennt. Marie Bogner, was für ein prominenter Name, hat aber nichts mit Willy Bogner zu tun. Sie kommt vom SC Patenkirchen, geht auf die St. Irmengardt Schule, Partnerschule des Wintersports. Ist 16 Jahre jung. Da flattert der Rennanzug noch an der einen oder anderen Stelle, vor allem im Oberschenkel. Und die fährt super. Erstes Jahr bei den Erwachsenen auf FIS-Niveau unterwegs und zeigt so einen tollen zweiten Durchgang. Ja, wunderbar. Das tut gut. Ja, genau. Das ist ein Erlebnis, das nimmst du mit. Du musst ja in der ersten Saison mit hintersten Startnummern beginnen und dann bei der Deutschen Meisterschaft schaffst du es schon mal mit einer grünen Lampe ins Ziel. Also das ist toll. Pauline Fischer, die ist ein Jahr älter. In den letzten Toren, ihr Bruder Florian, gestern bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Skicross, im großen Finale auf Rang 4, ganz knapp eine Minalie verpasst. Und sie geht jetzt in Führung. Ein großes Talent, eine tolle Skifamilie, muss man da sagen. Sehr vielseitig. Jetzt führt Pauline Fischer. Caroline Oberlader. Ihre Mutter. Ihre Mutter war früher mal die persönliche Physiotherapeutin von Renate Götzschel. Also der Bezug zum Skirenz-Sport ist bei allen Österreichern ja sowieso immer gegeben. Das ist ja klar. Ja, bringt hier mächtig Dampf mit, macht das sehr aktiver und engagierter Stil. Langer Schwung. Super Lauf. Muss man wirklich sagen. Sieht gut aus. So, die letzte Klippe hier, der letzte Übergang. Der ist nicht ohne. Packt sie gut. Also Oberlader vor Fischer und Bogner. Lea Klein. Die nächste Deutsche. Auch sie ist 19 Jahre jung. Letztes Jahr mit einer Sprunggelenksverletzung viel pausieren müssen. Ihre Schwester Lara im Moment verletzt. Vater ist ein bekannter Fußballspieler. Bundesliga gespielt beim 1. FC Kaiserslautern bei den Roten Teufeln. Und die fährt hier wie wild. Ja, die lässt ganz schön krachen, muss man wirklich sagen. Ja, hier. Beim Übergang ins Flachstück nicht ganz optimal. Aber die Basistechnik, die passt auf jeden Fall. Und hat nicht viel gefehlt. Lea Klein hinter Carolina Oberlader auf Rang 2. Luisa Mangold. Vierzehnte nach dem ersten Durchgang. Also wir nähern uns den Top 10. Hat auch schon zwei Weltcup-Starts in dieser Saison. In Lewe war sie dabei. Slalom-Spezialistin. Hat sich noch nicht qualifizieren können für den zweiten Durchgang. Aber Weltcup-Luft hat sie schon mal geschnuppert. Und hatte Spaß dabei. Steht sehr aufrecht drauf. Sehr bewegungsbereit, muss man sagen. Die stört so schnell nichts. Bringt nichts aus der Bahn. Tja. Und siebenhundertstel noch mal schneller als Carolina Oberlader. Also jetzt führt wieder eine Deutsche. Die Bestzeit wird jetzt attackiert von Petra Unterholzner aus dem Ultental. Großes Vorbild natürlich Dominic Pares. Den kennt dort jedes Kind. Den riesigen Südtiroler Abfahrer, der Kitzbühel gewonnen hat. Sie eine Slalom-Fahrerin. Also nicht geradeaus, sondern zick-tack. Und die ist noch mal ein paar Hundertstel schneller als Luisa Mangold. Also jede Läuferin wechselt jetzt die Führung. Unterholzner vor Mangold und Oberlader. Italien vor Deutschland und Österreich. Sophia Waldorf vom SC Hochpustertal. In Österreich haben wir natürlich in diesem Winter schon deutsche, österreichische Jugendmeisterin im Slalom geworden. Ein paar Europacup-Einsätze hat sie auch schon gehabt. So die Top-Platzierung noch nicht erreicht. Aber mit einer guten Start noch mal im ersten Durchgang. Ja, da bin ich gespannt, ob sie an die Italienerin rankommt. Ja, siebenhundertstel quetscht sie noch mal raus. Waldorf vor Unterholzner. Mangold jetzt auf Rang dran. So und jetzt wieder ein großes Talent aus dem Allgäu vom SC Oberstaufen. Kim Marschel. Ihr Trainer ist ein ehemaliger Weltcup-Fahrer. Markus Eberle aus dem kleinen Walsertal. Mit dem bin ich auch von Schülerzeiten lang gefahren. Der hat auch eingefädelt. Das ist schade. Das ist so schade. Die war richtig gut unterwegs. Und der Markus Eberle, der war ja auch ein Weltklasse-Slalom-Fahrer. Also der kann einer Kim Marschel schon einiges noch beitragen. Paulina Schlosser. Die hat einen tollen Grundspiel, hat mir Herr Anderl Ertl gestern gesagt, dem Nachwuchschef des Deutschen Skiverbandes. Ihr fehlt so ein bisschen die Stabilität. Paulina Schlosser. Paulina Schlosser. Kommt aus Baden-Württemberg vom SC Krenn-Heinstetten. War bei der Junioren-Weltmeisterschaft mit dabei und ist nur um 19. hundertstel an der Bronze-Medaille vorbeigefahren. Also die ist in ihrem Jahrgang eine der Besten der Welt im Slalom und dann kurz vor dem Flachstück. Dieser Fehler. Oh, ist das schade. So, die besten neun stehen nach oben. Vera Tschurtschenthaler, mit der habe ich gerade noch kurz sprechen können. Ihr Vater begleitet sie hier zur deutschen Meisterschaft, denn vor ein paar Tagen war die italienische Meisterschaft in Livigno. Da ist sie zweite geworden, hinter der großen Federica Brignone. Und mit dieser italienischen Meisterschaft stellt quasi der italienische Schieferband die Unterstützung und alle Aktivitäten ein. Ist jetzt ganz auf sich alleine gestellt und dann ist der Vater halt zur Unterstützung mitgefahren. Aus dem Xisertal hier an den Göttschen gekommen. Und die ist richtig gut drauf. Das hat man schon gesehen. In Livigno hat sie es ja schon angedeutet. Gut. Und jetzt liegt sie in Führung und acht stehen noch oben. Die Top acht werden eröffnet von Maria Skanova, der Weißrussin. 31 Jahre alt, routinierte Läuferin, Teilnehmerin bei drei Olympischen Spielen und sechs Weltmeisterschaften für ihr Heimatland. Vor zwei Tagen Rang zwei bei der slowenischen Meisterschaft in Kranzkagora. Das ist ein ganz anderer Hang. Der ist fast die eigene Nordwand im Vergleich hier zum Göttschen. Hinter der großen Andrea Sloka, der WM fünften Zweite geworden. Und sie ist noch mal schneller als Göttschen Thaler. Also da hat sie all ihre Routine ausgespielt. So und jetzt bin ich gespannt. Marlene Schmotz. Die war eigentlich schon dran an der Weltspitze. Elfte im Slalom von Lienz letzten Winter und auch neunte im Riesensamt von Courchevel. Und danach hat sich das Kreuzband gerissen. Und es ist in dieser Saison einfach nicht richtig gut geworden. Hat Schmerzen gehabt. Hat die Saison angefangen, aber abbrechen müssen. Das wäre so eine gute Sportlerin. So eine tolle Technik. Schauen Sie, wie toll die hier fährt. Alles aus einem Guss. Toller Rhythmus. Wunderbar. Ich hoffe, dass es sich dann im Sommer wieder gut aufbauen kann. Und nächsten Winter gut angreifen kann. Ja klar, logisch. Über eine halbe Sekunde schneller als Maria Eskano war. Und damit ist das Rennen um den deutschen Meistertitel aber mal sowas von eröffnet. Jetzt Jessica Hilsinger vom SC Hoversdorf. Die ehemalige Lichtensteinerin, die vor sechs Jahren gewechselt ist zum deutschen Skiverband. Letztes Jahr eine super Europa Cup Saison. Die beste Slalomfahrerin gewesen. Diese Saison mit persönlichen Startrecht im Slalom ausgestattet gewesen. So, und das ist jetzt schon ganz andere Skifahren. Das ist jetzt schon auf Weltklasse oder auf Weltcup-Niveau, was hier geboten wird. Jessica Hilsinger, großes Talent. Zu Beginn ein bisschen Probleme gehabt mit dem Material. Dann hat sie es umgestellt und schafft es nicht ganz. Ganz knapp hinter Marlene Schmotz. So, Emma Eicher. Vielleicht eins der größten Skitalente, die wir haben im Moment in Deutschland. Aufgewachsen in Schweden. Hat eine schwedische Mutter. In Sundswall spricht auch Schwedisch. Aber sowohl auf Schwedisch als auch auf Deutsch redet sie nicht wahnsinnig viel. Aber die lässt Daten sprechen. Ganz toller Auftritt bei der Weltmeisterschaft. In Cortina im Team-Event. Bronze geholt. Ohne Weltcup-Erfahrung ist sie da. Wirklich ganz frech, fromm, fröhlich, frei. Aufgefahren. Und hat am Ende wirklich gut mitgeholfen, Bronze zu holen. Hat riskiert da in den letzten Toren irre. Unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Das war ein richtig genialer zweiter Durchgang. Emma Eicher. So, jetzt bin ich gespannt, ob da Andrea Filzer kontern kann. Die routinierte, 28-jährige Werdenfelserin aus Wildsteig. Das ist nur 15 Kilometer von Halblech entfernt. SC Halblech, ja, da klingt es bei den meisten Katja Seitzinger. Katja Seitzinger ist allerdings für das Allgäu gefahren. Andrea Filzer. Seine Werdenfelserin. War schon mal deutsche Meisterin im Slalom vor drei Jahren. Tolle Saison dieses Jahr gefahren. Die einzige, die im Riedensamm Wecker Punkte geholt hat. WM-Bronze auch im Team. Toller Zweikampf mit Emma Eicher, aber ich habe es mir fast gedacht, Andrea Filzer fällt dahinter eine furios auffahrende Emma Eicher im zweiten Durchgang zurück. So, jetzt Lena Dürr. Sie ist die große Favoritin. Ja, und wir wissen es ja. Immer wenn sie nichts von sich erwartet, wie das in Orre der Fall gewesen ist, am Ende der Weltcup-Saison, dann trumpft sie auf. Heute erwartet jeder von ihr den Sieg. In Orre dann Platz vier, Platz fünf. Am Podest gekratzt. So oft gescholten, dass sie ihre Möglichkeiten nicht ausschöpft. Aber in dieser Saison, sechste des Slalom-Weltcups, ihre beste Saison, dieser Winter, in absoluter Top-Form. Gegen Emma Eicher. Vierhundertstel scheitert sie an der 17-jährigen Emma Eicher. Ui, 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 ui. Also, heute ist ein Tag, wo die jungen Talente zuschlagen. So, und die letzte Deutsche, die noch oben steht und um den Sieg mitfährt. Martina Ostler vom SC Garmisch, die 22-Jährige. Und die hat einen tollen ersten Durchgang gezeigt. Die fährt dynamisch, die fährt wirklich mit Kraft, mit Power. Boah, unheimlich reaktionsschnell, riskiert unheimlich viel. Was für ein zweiter Durchgang, aber die riskiert zu viel. Die lässt den Schielen nicht ganz so laufen, kommt mir vor. Hier kanntet sie relativ viel. Ich bin wirklich gespannt, ob das reicht. Nein! Kurz vor dem Ziel scheidet sie aus, Martina Ostler. Mann, 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 Mann. Und damit steht es fest. Deutsche Meisterin, auf jeden Fall Emma Eicher. Ganz knapp vor Lina Döhr. Aber wer wird internationale Deutsche Meisterin? Diesen Titel könnte sich Vivian Insam holen. Die letzte Läuferin in dieser Übertragung. Bin ich jetzt mal gespannt, ob die hier alle deutsche Athletinnen abkocht. Aus Gröden, zuletzt Dritte bei der italienischen Meisterschaft in Livigno. In absoluter Topform hat er den prächtigen ersten Durchgang gezeigt. Großgewachsene Läuferin. Aber im unteren Teil hat mir Emma Eicher richtig, richtig gut gefallen. So, die letzten Tore. Und sie schafft es! Vivian Insam gewinnt die internationale Deutsche Meisterin. Den Titel der Deutschen Meisterin, den bekommt sie nicht. Den holt sich Emma Eicher. Das 17-jährige Wunderkind, möchte ich fast sagen, des Deutschen Skiverbandes. Dieser Nationenwechsel hat sich absolut ausgezahlt. Lena Dörr hat absolut nicht enttäuscht. Sie wird hier in der Gesamtwertung Dritte. Drei Hundertstel hinter Emma Eicher holt sie Silber. Und in der Deutschen Wertung auf dem Bronze-Rang Andrea Filser. Und damit auf Platz 4 in der internationalen Wertung. Also, das war wieder ein spannendes Rennen hier auch im zweiten Durchgang der Frauen. Jetzt fahren noch die 31. platzierte Victoria Pella nach dem ersten Durchgang bis zur letzten Läuferin in Ziel. Holen sich die Punkte ab. Morgen übertragen wir im Livestream-Darm ab 8.30 Uhr den Riesenslalom der Frauen. Ab 10 Uhr dann den Slalom der Männer. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Bahner sei Danke und bis morgen. Dachsi meet Great Britain unterwegs. Sarah Grasse gestartet vom BSV Königsee. Im Ziel, die Daxi mit einer Zeit von 49,07, 49,07, 1,39,03, 1,39,03, Rang 30. Daxi mit Rang 30. Sarah Grasse auf der Strecke. Die Hälfte der Mädels haben wir unten. 60 waren noch am Start im zweiten Durchgang. Unter anderem die Katharina Haas vom SC Gerstetten. Sarah Grasse hier kurz vor dem Ziel. Da kommt sie herunter. Fährt sich eine Zeit, die Sarah von 49,48, 86, 48,6, 1,38, 83, 1,38, 83. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.